Und damit ein herzliches Moin ihr Bagalooten und willkommen zu unserem nächsten wieder ewig wiederkehrenden Livestream-Gedöns. Und jo, und es ist sehr schön, dass wir alle hier sind. Und es macht mir noch mehr Spaß, dass wir alle hier sind. Ach und es ist schön und ich hoffe die Musik ist nicht zu lauer, die Musik ist eventuell zu laut. Hier ein bisschen lauter machen, ich glaube das ist ganz gut. Moin ihr Bagalooten und wunderschön, dass ihr da seid. So, Andi dabbt auch noch, nachdem das Meme tot ist, auferstanden und nochmal gestorben ist. Yay! Erhorn! Ne, aber das Dämmen, das schockt. Es ist trotzdem noch gut. Es ist trotzdem immer wieder super und immer wieder toll und schön. So, ich begrüße euch zu unserem heutigen Livestream, welches ja nun der erste Montag im Monat ist. Dazu muss ja dann auch automatisch an ein Livestream kommen. Ich glaube, so ist das einfach mal. Habe ich doch schon mal gehört. Soll das nicht so sein? So soll das sein. Und warte, wann ist denn der nächste? Ach ja, genau, 13 Tage später, an dem Sonntag. Ha! Nein, schockt nicht, sagt er. Doch, schockt er. Schockt, schockt, schockt. Was haben wir heute vor? Das ist nun nicht so das große Geheimnis. Es steht ja auch schon hier unten alles drin. Wir spielen heute und dann sind wir auch durch damit. Back to the Future, the Game, Episode 5. Outer Time. Yay! Wunderschön. Freut euch mal. Danke, 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 danke. Wunderschön. Freut mich. Also, das werden wir jetzt gleich tun. Ich möchte jedoch natürlich wie immer erst einmal wieder die ganzen lieben Leute hier begrüßen, die wir denn jetzt heute einmal hier drin haben. Und zwar möchte ich herzlich begrüßen. Also, er zeigt mir jetzt gerade mal die Hälfte an von den Leuten, die hier sind. Das ist ja ein bisschen merkwürdig. Kannst du das mir bitte noch einmal kurz aktualisieren? Schade. Also, den sehe ich zwar nicht, aber den sehe ich, dass er geschrieben hat. Auf jeden Fall möchte ich begrüßen ganz herzlich den Recent Leerzeichenpunkt Snowfall oder einfach nur kurz Snow. Den Idel und den Pü auf jeden Fall schon. Dementsprechend moin, ihr Baggerluten. Und wunderschön, dass ihr da seid. Ja, ne, Idel nicht. Hälfte von drei. So. Dave, 1,5. Aber denkt dran, der Durchschnittsdeutsche hat auch 1,2 Kinder. You know, you get it. So. Alrighty. Nichtsdestotabertrotzens. Von dem Trotzen in der Seinigkeit her. Ähm. Glaube ich. Sollen wir schon mal umschalten? Sollen wir schon mal umschalten? Weiß das nicht. Ich möchte euch noch erzählen. Heute ist etwas sehr Tolles angekommen. Das werde ich in, ähm. Das hat jetzt zwei Wochen gedauert. Das musste extra aus China kommen. Ich habe mir etwas aus China bestellt. Nein? Keine Frauen? Hat trotzdem was mit künstlichen synthetischen Stoffen zu tun. Okay, ich hätte ihn früher drücken müssen. Alles klar, wissen wir Bescheid. Also. Nichtsdestotrotz. Wir werden jetzt starten. Ich werde einmal umschalten. Er rückt, oder? Ist das nicht geil? Ist das nicht geil? So. Wisst ihr was? Ich kann nämlich einfach, wenn ich jetzt gleichzeitig das mache. Dann ist euch fast nicht aufgefallen, dass die Musik gar nicht mehr weiterlief. Jodele. Achso, ich muss ja erstmal wieder hier reinklicken, ne? Aber irgendwie irritiert mich das hier so ein bisschen. So kann ich das jetzt... Ah, alles klar. Wunderschön. Doofe. Wow, die zwei doofe einge... Wieder was von EISD. Perfekt. Wie viele davon im Keller? 1,2 Kinder, nicht 2. Nightbox hat er nicht begrüßt. Der ist jetzt bestimmt voll beleidigt. Er erledigt seine Arbeit sowieso immer nicht ganz so glücklich, wie ich das gerne hätte. Dementsprechend... Er ist auch noch nicht einer... Geht das hoch. Kann ich den noch mal herunter machen? Yay. Dementsprechend ist er auch noch nicht ganz einer... Begrüßung würdig. So. All righty. Dazu aber demnächst in der Roomtour mehr. Lange angekündigt, lange versprochen. Es wird losgehen. Es wird losgehen. Aber... Ab. In ein neues, weiteres Spiel. Bevor es losgeht, soll das Spiel dir mitteilen, wenn Martin... Nein! Danke. Telltale Games. In Zusammenarbeit mit Universal Partnerships and Licensing. Back to the future of the game. Die Musik ist doch schön. Episode 5. Outer Time. Welches im Übrigen auch das Kennzeichen von DeLorean ist. Ähm. Noch ein bisschen mit Fachwissen glänzen. Glänzen? Vielleicht hätte ich mich waschen sollen, ne? Oh. Emojack ist auch da. Moin, du Baggerlut! Antwortliche Animation. Jeff Sarre! Oh. Ist da Marty, der mit der Hand immer schläft? Hallo? Marty! Bist du wach? Gut. Doc! Ähm. Emmett. Wo bist du? Ich bin auf der Expo. Ich bin früh raus, um Panik zu begegnen. Hätte er gewusst, dass ich auf dem Weg war, mich mit einer Demonstration zum Gespött zu machen, wäre er an die Decke gegangen. Du hast mich nicht geweckt? Hä? Bleib, wo du bist. Du solltest mit deinem Vater Frieden schließen. Du hast mich nicht geweckt? Warum hast du mich nicht geweckt? Ich hab dich geschüttelt, bevor ich gegangen bin. Aber du warst quasi im Koma. Wie lange hattest du schon nicht mehr geschlafen? Oh. Bevor ich bewusstlos geworden bin? Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall hab ich dich im Labor gelassen, damit du eine wichtige Mission erfüllst. Auf dem Tisch neben meinen Rechtsbüchern ist ein Gerät an der Wand eingestöpselt. Äh, ich glaube, ich seh's. Leuchtet es? Ja. Ja. Ist das gut? Das ist fantastisch. Das Leuchten bedeutet, dass mein statischer Akkumulator aufgeladen und bereit zum Einsatz ist. Bring ihn mit zur Highschool und wir... Verdammt. Was? Doc, er ist da. Aber... Boah, leg auf. Okay, Emmett. Statischer Akkumulator ist auf dem Weg. Pack ihn mal in die Hosentasche. Schlurp. Slurp. Tag, brother. Sag mal, nasser, mother. Hey, Doc. Vorsicht. Sie hätten mich leider überfahren. Tut mir leid, Martin. Dieses Fahrzeug ist manchmal schwierig zu steuern. Äh, ja. Martin? Hey, alles in Ordnung? Nach dem Streit wegen Emmett gestern Abend... Alles okay. Danke der Nachfrage. Okay. Also, was ist mit den Zeitleitungen? Immer noch defekt. Ich habe ein paar Ideen, aber... Heute habe ich andere Probleme. Mein Schicksal ist also, dass ich das für die Expo baue? So ist es. Das ist ein statischer Akkumulator. Emmett hat die ganze Nacht daran gebaut. Scheinbar musste er Frankenstein dann doch nicht mehr ansehen. Er brauchte nur einen kleinen Schubser und ein paar Blitze. Faszinierend. Mir wurde gestern Abend auch etwas klar. Oh, und zwar nichts Gutes. Ich habe verstanden, dass nicht Edna mein Leben ruiniert hat. Doc? Es war die Wissenschaft. Sie dürfen die Wissenschaft nicht aufgeben, sie lieben sie. Korrektur. Mein jüngeres Ich liebt die Wissenschaft. Aber wenn Emmett bei der Expo seine Erfindung nicht vorstellt, wird sein Traum, ein Wissenschaftler zu werden, so weit verblassen, dass Edna wieder in sein Leben treten und ihn auf einen neuen Pfad führen kann. Ja, toll. Selbst wenn sie Emmett Chancen bei der Expo torpedieren, wird er die Wissenschaft jetzt nicht aufgeben. Er ist zu versessen. Du kennst mich nicht so gut wie ich mich selbst. Nachdem er bei der Expo versagt hat, brauchte er Geborgenheit. Und Edna hat bereits einen romantischen Ausflug zum See. Ich muss jetzt zwischendurch immer mal lesen, weil das ist auf einem anderen Monitor. Und ich sehe das gerade von Pü. Alter, Finne. Das lass ich mal nicht hören. So, mhm. Teil Besatz 1, ne? Wie dezent er das geschrieben ignoriert. Ja, ja. Das haben wir. Pü sieht so aus. Was ein statischer Akku. Reibt man den an den Kopf, um ihn aufzuladen? Ich könnte ihn mal an dir reiben. Warte mal, das war falsch. Oder vielleicht doch nicht. So. Akkumulator. Wovon meinst du? Das ist Akku die Abkürzung. Nicht von Akkumulator. Von Akkurat. Ja, ding. Einen neuen Pfad? Welchen neuen Pfad? Keine Ahnung. Architekt, Mechaniker, Präparator. Vielleicht werde ich auch der Anwalt, den sich mein Vater immer gewünscht hat. Solange Emmett die Wissenschaft meidet, werden Edna und ich zusammen glücklich sein. Ich bitte Sie, Doc. Sie haben sich das nicht gut überlegt. Hab ich nicht. Wir beide werden es wohl rausfinden müssen. Eins ist sicher. Emmett Browns Leben wird sehr viel einfacher sein ohne eine Zeitmaschine. Nein. Was zum Geier? Wollte ich auch gerade sagen. Nur mit ihm, what the fuck. Aber okay. Wo ist der hin? Also wo sind Akkumulator und Emmett? Warte mal. Erst mal gucken. Mit X mache ich die... Okay, X ist die Taste. Das heißt nicht Y drücken. Achso, das ist okay. Das ist nur die... Alles klar. Wo war denn jetzt die Renntaste? Und die Anzeigetaste? Ach, guck mal. Und jetzt steht das da oben sogar mit den... Schön, dass sie jetzt endlich mal... Dass sie jetzt tatsächlich endlich mal gezeigt haben, mit welchen Tasten man was macht. Toll, dass sie das jetzt im letzten Teil gemacht haben. Großartigst. Ähm, warum kann ich hier eigentlich nichts anzeigen lassen? Zeit, stopp. Dann laufe ich auf der... Ah, auf der Taste laufe ich. Alles klar. Okay, ich gebe es zu. Ich träume nachts davon, dass Knoop leuchtende Dinge an mir reibt. Was zum Fick? Ähm. Okay, also hier kann ich alles nichts... Das ist schade, dass ich hier nicht so viel machen kann. Da ist er! Oh, bitte. Ich wollte es auch gerade sagen. Dein fucking Ernst jetzt. Kann ich dem vielleicht irgendwas... Oh, warte mal. Kann ich die nicht Objekt benutzen? Untersuche Objekt. Chaos bei Scheidung der Browns. Ehefrau schießt auf noch Ehemann, den berühmten industriellen Emmett Brown. Ich glaub's nicht. Er heiratet sie trotzdem noch. Komm her, du kleines statisches Dings. Du kleines statisches Dings. Come on! Warum fliegst du eigentlich so wirr hin und her? Ich komme nicht dran. Hab dich! Ach, auch einen richtigen Moment drücken wieder. Der drücken. Warum kann das Ding auf einmal fliegen? Des Todes. Rum. Ich möchte nicht, dass es fliegt. Mann! Ich will selber fliegen! Uh! Oh! Oh! The future is coming today. There's a shiny new tomorrow on the way. A day of invention is at hand. It's a mystic futuristic wonderland. Just around the bend, my friend, you'll see a dream or two. If you care to dream and dare to dream, your dreams can all come true. There's a world of wondrous wonder on display, because the future is coming today. Wunderschön. Nicht schlecht, aber ich dachte, du hast sie gefeuert. Ich habe einen Ausweg gefunden. Was für einen Ausweg? Einfach einen Ausweg. Hey, du bist nicht der Einzige, der Geheimnisse haben darf. Ist ja schon gut, schon gut. Sag mal, wolltest du nicht das Dingsbums zu Emmett Browns Stand bringen? Oh, ja, das stimmt. Au! 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 Ähm. Da gingen gerade die Ponys mit mir durch. Was meinst du? Ganz schön was los, oder? Wahnsinn. Klar. Aber ich habe mich gefragt. Du hast nicht zufällig Emmett Brown gesehen, oder? Ist er nicht an seinem Stand? Dem Großen, da drüben. Äh. Du hast nicht zufällig Emmett Brown gesehen, oder? Ist er nicht an seinem Stand? Dem Großen, da drüben. Mit dem Besserheit? Nicht? Na, egal. Hey, mir kannst du es sagen. Wie hast du Trixie ihren Job wieder beschafft? Ich dachte, es geht nicht, weil sie Kanadierin ist. Wenn dir etwas wirklich wichtig ist, findest du einen Weg. Du müsstest das doch wissen. Mhm. Okay. Typ! Noch ein Stück Algenkuchen? Sicher, Mister. Moment mal. Sie stellen diese Algenkuchen her? Aber ich dachte, sie hassen. Hey, du bist der Kerl, der sich an meine Junis rangemacht hat. Ha! Ach, vom Himmels. Kein Algenkuchen für dich, Freundchen. Oh, Mann. Und ich wollte doch so gerne einen Algenkuchen. Hm? Das ist witzig. Eine Termine wollte ich auch schon immer mal spielen. Damit wollte ich auch immer harten Metal machen. Sieht aus wie die Steuerung, mit der man das Dingsbums hebt und senkt. Die Erleuchtung erwartet. Entschuldigen Sie, Mister... Dutot. Jacques Dutot. Zu Ihren Diensten. Könnte ich diese Tauchkugel ausprobieren? Certainly not. Wenn Sie eine Eintrittskarte haben. Oh, ich arbeite in einer Eintrittskartenfabrik. Jacques Dutot, berühmter Taucher. Also sind Sie eine Art Berühmtheit? Ich will nicht angeben, aber... Ja, ich habe eine kleine Anhängerschaft. Dann fragen die Leute Sie sicher ständig nach Autogrammen. Und wollen Geschichten von ihren Abenteuern hören und so. Manchmal wird es zu viel. Dann ziehe ich mich in die Tiefe zurück. Die Fische sind... weniger anstrengend. Sagt man so? Du hast noch nie ein Aquarium besessen, mein Freund. Man sieht sich. Macht der Typ im Taucheranzug da Werbung für Bioshock? Habe ich auch ursprünglich gedacht. Das heißt Tauchglocke, nicht Tauchkugel. Oh, die, they're mine. Hä? Ja, toll. Metal auf einem Termin ist bestimmt geil. Jaja, doch, doch. Bestimmt genug. Wir machen eine Band auf. Ich kann das super. Termine spielen, alles klar. Doch, doch, das ist Jacques Cousteau. Jacques Dutot. Ich glaube so. Ich könnte auch den ganzen Abend in Französisch sprechen. Weil ich spreche Französisch fließend. Wie du hörst. Für Zutritt, Eintrittskarte einführen. Du brauchst deine Eintrittskarte, Junge. Du brauchst deine Eintrittskarte, Junge. Du brauchst deine Eintrittskarte, Junge. So eine Wasserbombe. Geiler Typ. Ich muss weiter Dinge herausfinden. Du brauchst deine Eintrittskarte, Junge. Ja, geil. Das wird so im Kopf bleiben. So geil. Und da ist er schon, wie aufs Stichwort. Zweifellos will er es Ihnen ausregen, Detective. Aber Sie müssen jetzt standhaft bleiben. Hallo, Crockett. Was machst du da? Was ist hier los? Naja, Miss Trickle scheint zu glauben. Tritt beiseite und lass den Officer seine Pflicht erfüllen. Los. Il Vali Police Department. So, ein Wazepalm, Junge. Das da oben ist doch Emmett's Levitator. Pff. Nicht so bescheiden. Mindestens die Hälfte der Anerkennung gebührt doch dir. Du hast Emmett doch dazu gebracht, mich zu verlassen. Und du hast ihn dazu bewegt, mein Projekt aufzugeben. Zugunsten dieser... Der Fahrer für die öffentliche Sicherheit. Ich habe ihn einfach auf den rechten Pfad zurückgeführt, Junge. Emmett hat seine... Na und, Junge? Na und? Was dagegen? Ich glaube, du weißt genau, was ich dagegen habe. Emmetts Erfindung funktioniert doch nicht, oder? Jedenfalls nicht, so wie der arme Emmett sich das vorstellt. Woher weißt du das? Ich hatte gestern Abend ein sehr interessantes Gespräch mit Carl Sagan. Ich habe herausgefunden, wer Sonny Crockett wirklich ist und woher er kommt. Möchtest du mir vielleicht was sagen, Sonny? Warum nennen sie ihn nicht bei seinem echten Namen? Jakov Smirnov. Vielen Dank, Doc. Ein Allerschist. Jakov Smirnov, Junge. Ein Film, der Chaos und Zerstörung auf der Hill Valley Expo verbreiten will. Danny, du glaubst diesen Schwachsinn doch nicht etwa, oder? Tut mir leid, Jako, aber ich habe wirklich keine Wahl. Sehr gut. Und nun? Verhaften Sie diesen Umstürzler. Komm mal her. Hör mal her. Ich glaube ja, dass die Dame eine Schraube locker hat, aber... Die Leute in der Stadt glauben mir, seit dieser Sache mit Kitten... Aber Emmett muss seinen elektrokinetischen Levitator vorführen. Seine gesamte Zukunft hängt davon ab. Jetzt hängen da wieder diese Sprachfetzen. Meine Zukunft hängt davon ab, dass er es nicht tut. Der Chief liest ihre Kolumne immer mit Inbrunst und... Naja, wenn ich nicht tue, was sie sagt, ruft sie eine Kampagne ins Leben. Unsauberer Beamte aus dem... Kann ich denn gar nichts tun? Nicht, solange du keinen handfesten Beweis hast, dass Edna gegen ein Gesetz verstoßen hat. Und? Ich finde schon was. Mach das. In der Zwischenzeit sollten du und Emmett lieber... Wo ist Emmett eigentlich? Du hast ihn nicht gesehen? Emmett? Hat dieser Fremde etwas mit meinem Emmett gemacht? Vielleicht sollten Sie ihn suchen. Sie lassen ihn gehen? Diesen radikalen Umstürzler? Einfach so? Okay. Ich muss also Emmett finden. Und irgendwas wegen Edna unternehmen. Ich kann mich gerade nicht entscheiden. Das wollte ich sagen. Ich muss immer kurz lesen, was ihr geschrieben habt. So. Äh. Da, da, da. Stimmt. Und wenn auch... Nun, nein. Du nicht. Jen spricht Fleece. Nein, ich spreche Fleece im Französisch. Jaja. Oh ja, bitte alles im französischen Akzent. Wobei, nimmst du nicht mit? Äh. Junge muss einfach nach Bayern kommen. So ein Wasserballjunge. Wir hatten uns immer in Berlin im Science Center. Da haben wir gleich noch Besucher für unser Konzert. PD steht für Polizeidirektion, Mensch. Auf Police Department. Ja, ist auch richtig. Police Department ist das Englische. Das ist auch richtig. Genug. Hast du deinen Darm? Darm, Darm. Einen Satz. Da passt. Nee, nee, nee. Äh. Smirnov. Hat er etwas mit dem Wort gerade zu... Ich kann mich gerade nicht entscheiden zwischen... Zwischen dem Franz... Äh. Dem fließenden französischen Sprechen, was ich halt kann. Dem... Einem russischen Akzent. Oder halt dem... Dem vollassi New Kids. Ich kann mich nicht entscheiden. Oh Gott, das wird alles hin und her switchen, Leute. Ich weiß das schon. Oh. Und ich kriege... Und ich verliere dabei meine eigene Identität. Meine eigene Sprachidentität. Das wird nicht gut enden, heute. Das wird nicht gut enden, heute. Habt ihr es gehört? Ja. Phone booth of future. Okay. Willkommen in der Telefonzelle der Zukunft. Aus Atlas-Glas gefertigt. Atlas. Unzerstörbar und schalldicht. Unser Telefon kann freihändig benutzt werden, sodass Sie, während Sie in absoluter Privatsphäre mit Ihren Freunden sprechen, essen... Möchten Sie telefonieren? Ja. Das statt rauchen! Leider akzeptiert diese Telefonzelle nur eingehende Anrufe. KL 4253. Lass mich telefonieren, Junge! Hi, Trixie. Wird ich immer noch techne, Junge. Richtig. Gratulation, dass du deinen alten Job wieder zurück hast. Danke. Am Ende siegt immer die Gerechtigkeit, nicht wahr? Also, was kann ich für dich tun? Erzähl mir, was für die Attraktionen... Welche... Welche Ausstellungen sind zu empfehlen? Die beliebtesten Ausstellungen sind das Glashaus, die Möbel der Zukunft und natürlich die Erleuchtung auf dem Meeresgrund. Weißt du, wer sich unter dem Tauchhelm verbirgt? Jacques Dutrault persönlich. Natürlich brauchst du Eintrittskarten, um die Hauptattraktionen zu sehen. Gib mir eine Eintrittskarte, Junge, oder ich schalle die eine. Wie viel kosten die Eintrittskarten? Ach, steck dein Geld wieder weg. Hier. Du gehörst ja jetzt irgendwie zur Familie, richtig? Danke. Hast du Emmett irgendwo gesehen? Emmett Brown? Ich mache mir Sorgen, weil er... Lass mich nachdenken. Ja, er ist vor einiger Zeit da lang gegangen. Er hat sich angeregt mit einem anderen Mann unterhalten. Oh, mit einem anderen Mann. Einen weiteren Herrn, der ihm sehr ähnlich sagt? Ja. Sein Onkel, oder so? Oder so. Oder so? Sein Onkel? Oder doch wer anders? Du wirst es nie erfahren! Kannst du Emmett's Demonstration verschieben lassen? Weißt du, bei Emmett's Demonstration gibt's ein kleines Problem. Oder auch zwei. Kannst du seinen Auftritt verschieben? Jemand anderen vorziehen? Tut mir leid. Ich hab den Plan nicht gemacht und kann ihn nicht ändern. Ich kann etwas langsamer machen. Aber wenn dein Freund nicht bald fertig ist, müssen wir ihn überspringen. Ich meine, seine Demonstration. Das darfst du nicht! Hey, es ist nur eine Demonstration. Es geht nicht um Leben und Tod. Doch, leider schon. Für wann ist Emmett's Auftritt eingeplant? Schauen wir mal. Acht Kilobit nach fünfzig. Wir haben hier in Hill Valley die metrische Zeit. Ob du blinder bist, Junge! Metrische Samma! Edna Strickland versucht, Emmett's Stand schließen zu lassen. Die ist so blondig. Damit kann sie sich nicht um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern, oder? Die ist so ein bisschen wie Kelly Bundy. Echt. Kannst du eventuell etwas tun, um Emmett's Stand wieder zu öffnen? Ach, ich wünschte, das könnte ich. Aber ich bin nur eine Muse. Wir können die Menschen nur inspirieren. Toll. Leute, so eine ganze Rolle an Karten. Metrische Zeit, genau. Aber total super. Wir können jetzt in die Eisenkugel gehen und voll kotzen, Junge! Inspirier mich, Muse! Okay, du bist eine Muse. Muse! Hast du mich mit einer Idee inspiriert? Ich versuche es. Und? Vielleicht wirkt es auch noch nicht sofort. Au! Habt ihr jetzt das Klatschen hören? Alter! Artie hat mir erzählt, wie du deinen Job zurückbekommen hast. Hat er? Aber das sollte doch geheim bleiben. Zwischen uns gibt es keine Geheimnisse. Und er musste diese gute Story einfach erzählen. Ja? Ich würde sie aber gerne nochmal hören. Aus deiner Sicht. Er hat dir gar nichts erzählt. Komm schon, Trixie. Ich muss einfach wissen, wie du deinen Job zurückbekommen hast. Von mir erfährst du nichts. Ich sage nichts Unüberlegtes. Scheiße, die Blondine hat es gemerkt. Ich helfe doch gern. Topfpflanze, ja. Die wollte ich jetzt genau benutzen. Eine Topfpflanze? Was hat die mit der Strafverfolgung zu tun? Eine Topfpflanze? Eine Topfpflanze? Was hat die mit der Strafverfolgung zu tun? Eine Wanze? Nein, eine Pflanze. Aber in ihr ist ein Drahtongerät versteckt. Verstehst du? Wenn wir alle das in einem Spanien gestellt hätten, und er der Typ ist, der mit Pflanzen redet, hätten wir ihn sehr viel früher hochgehen lassen können. Oh nein! Oh nein! Das tut mir weh in meinem Gehirn drin. What the fuck? Eine Pflanze? Nee, eine Wanze? Nee, eine Pflanze. Oh man. Oh man. Sind Sie bereit für das Bildradio? Ob das wohl sowas wie MTV ist? Sind Sie bereit für das Bildradio? Sind Sie bereit für das Bildradio? Keinen Sie unauffällig? Der Elektrofernbetäuber. Faszinierend, nicht wahr? Sie sagen, eines Tages können wir fliehende Kriminelle aus der Ferne betäuben. Das funktioniert? Nein, ist nur ein Modell. Hey Danny, kann ich kurz mit dir sprechen? Genosse Smirnoff, stellen Sie sich jetzt... Genosse Smirnoff, zu Diensten! ...mit Vergnügen. Meine Stirn könnte ja, das kann gut angehen. Das war auch ganz schön doll. Du musst Emmett seine Erfindung vorführen lassen. Seine ganze Zukunft hängt davon ab. Würde ich ja gerne, Junge. Aber Miss Strickland denkt, sie ist gefährlich. Solange er also nicht auftaucht und sich erklärt, gibt es keine Vorführung. Wieso hängt ein frisch beförderter Detective wie Sie überhaupt auf einer wissenschaftlichen Expo herum? Veralberst du mich? Das ist ein super Auftrag. Ich darf den ganzen Tag herumsitzen und mit coolen neuen Sachen zur Verbrechensbekämpfung wie der hier... Putz, ist das gut. Wenn ich das wüsste... Sieht mir ein bisschen aus wie ein Taser. Du hast Carl Sagan nicht zufällig gesehen, oder? Nein. Wer hat denn nicht mehr nach ihm gesucht? Nein, alle Anklagen wegen Brandstiftung wurden fallen gelassen. Richter Brown reichen die Beweise für ein Verfahren nicht aus. Hoffentlich. Nun, wenn man kommt... Muss ich ruhig gewarnt. Nur zu gern. Ich hätte auch gern mal ein paar ruhige Minuten. Worum geht es hier? Und dann mal essen, guten Hunger. Lass deinen Eltern aber mal was über. Und hallo, echter Luca. Hi. Pyra hat es verstanden. Moin, Luca. Ed, wo ist Emmett? Was hast du mit Emmett gemacht, Edna? Wovon sprichst du? Du bist doch der, der sein Leben ruinieren will. Ob du es glaubst oder nicht, ich bin der, der es retten will. Ob du behindert bist. Vor dir. Vor allem. Oh, hat er auch gesagt. Schön. Und du weißt wirklich nicht, wo Emmett ist? Kein Schimmer. Wenn er klug ist, ist er schnell vor diesen gefährlichen Spielereien weggerannt, die er auf dein Drängen hin heute ausstellen wollte. Spielereien? Aber du hast Emmett verlassen, Junge. Warum bist du noch nicht aus Emmetts Leben verschwunden? Ich dachte, du hast ihn verlassen. Habe ich. Aber dann hat dein Freund Mr. Sagan mir alles über deinen Plan, unsere Romanze zu zerstören, erzählt. Das war nicht so nett, Genosse Smirnoff. Smirnoff. Was? Sag mir, warum hast du Emmetts Erfindung verbieten lassen, ha? Ich hatte keine Wahl. Mr. Sagan hat mir einmal von deinen Versuchen berichtet, meinen armen Emmett zu radikalisieren. Und ich wusste, dass ich ihn davon abhalten musste, deine gefährliche Erfindung zu demonstrieren. Aber es ist seine Erfindung. Und sie ist nicht gefährlich. Okay, vielleicht ein bisschen. Aber auch nur für ihn. Das entscheidet die Polizei. Ich kenne dein finsteres Geheimnis. Geheimnis? Welches Geheimnis? Kaltherziges Mistsch... Du bist skrupellos, manipulativ und macht hungrig. Das ist mein finsteres Geheimnis. Ich betrachte es als Charakterstärke. Du bist ein Burger Loot. Luca, 2611 ist ein Burger Loot. Warum denn jetzt erst? Aber schön, dass du auch dabei bist. Yay! Hallo! Serious. Nach... Jahren. Gibt es eine Möglichkeit, Parker davon zu überzeugen, Emmett seine Erfindung vorstellen zu lassen? Nein. Solange ich da bin, bleibt dieser... Apparat da unter Verschluss. Hast du Mr. Sagan hier irgendwo gesehen? Nein, und wenn, würde ich's dir nicht sagen. Er ist ganz schön verängstigt wegen deiner anarchistischen Tendenzen. Schon gehört? Trixie Trotter hat ihren alten Job zurück. Oh, ich weiß. Ich wollte das mit Arthur McFly besprechen, aber er will sich nicht erklären. Anscheinend hat er eine Gesetzeslücke gefunden, die erlaubt, dass diese Kanadierin ihre Stelle zurückbekommt. Was ist denn? Die Gesellschaft für Schicklichkeit und Anstand wird davon erfahren. Keine Sorge. Warum folgt Parker dir so willig? Der gute Detective weiß, dass er seinen raschen Aufstieg nur meiner Fürsprache verdankt. Oh. Er weiß auch, dass ich ganz schnell einen Artikel über seine Tage der Trunkenheit, Sünde und Manipulation von Beweismitteln schreiben könnte. Du erpresst ihn? Reporter erpressen nicht, Mr. Smirnoff. Wir kümmern uns um das öffentliche Wohl. Ja, eigentlich müsste er... Traumvoll. Gibt's ja nicht, ey. Mann, Mann, Mann. Der Luca. Ach was, ich sag nur die Wahrheit. Deshalb bin ich ja auch hier. Ja, ja, ja. Frechheit. Emmett will ich aber nicht zurück. Oh, Emmett will ich aber nicht zurück. Du glaubst doch nicht, dass Emmett dich noch zurück will, nachdem du sein Herz gebrochen und versucht hast, seine Demonstration auf der Expo zu verhindern, oder? Anfangs nicht, nein. Aber irgendwann wird er erkennen, dass ich nur in seinem Interesse handle. Und er kommt zu mir zurückgerannt. Wie einer dieser Hunde, die er so gern mag. Aber du hast Hunde. Ja, das ist Ironie, oder? Gibt's ne Möglichkeit, Parker davon zu überzeugen, Emmett seine Erfindung vorstellen zu lassen? Nein. Solange ich da bin, bleibt dieser... Apparat da unter Verschluss. Gibt's ne Möglichkeit... Ne. Ich kenn... Na? Du weißt schon, worüber du gestern mit Carl Sagan getuschelt hast. Du hast es gehört? Aber sicher. Und du? Hast beim Entsorgen der Leiche echt Mist gebaut. Du hast gar nichts gehört. Worüber ich mit Carl Sagan geredet habe, geht nur mich und Carl Sagan etwas an. Bleib weg von... Ich will nicht mehr mit dir reden. Ach, ich will nicht mit dir reden. Niveauloses Stück Mist. Okay, was haben wir denn? Atemanalysator? Der wunderbare Inebriomat. Inebriomat. Wie wir die Lavojungs erklärt haben, können wir eines Tages sagen, ob jemand getrunken hat, wenn er nur in so eine Maschine bläst? Versuch es! Das glaube ich nicht. Okay, sonst noch irgendwas? Ne, ne, nö. Ich wollte noch etwas anderes sagen. Was war es doch gleich? Oh ja. Hey, lass die Aufzeichnungspflanze hier stehen. Ich habe nur die eine. Äh. Wir müssen wieder viel grübeln. Absperrung. Genau, zeig doch mal. Emmett wird mit seinem elektrokinetischen Levitator fliegen. Und zwar heute. Oh. Ich schreibe schon, als bräuchte ich einen Alkomat-Test. Lass mich rein, Junge! Willkommen in der Welt von Morden, wo sich jeder wie ein König fühlt. Alle Wünsche werden einfach auf Knopfdruck erfüllt. Ich muss da das alles einsprechen. Okay. Konsole. Roter Knopf. Immer erst im Roten Knopf. In der Zukunft werden Obstkörbe täglich durch Helikopter mit frischen Früchten aufgefüllt. Achso. Das ist Wachs. Ja, natürlich. Was denkst du denn? Junge Sohle. Grüne Knopf. Im Haus der Zukunft können Telefonate in der privaten Abgeschiedenheit des persönlichen Telefonhelms geführt werden. Hey. Willkommen beim Telefonhelm von morgen. Bitte nennen Sie die Telefonnummer, die Sie wählen möchten. Oder sagen Sie... Klondike 4385. Hier bei Brown? Hey Hampton. Wie läuft's denn so? Das ist Marty. Emmets Freund. Ist er da? Momentan nicht. Es tut mir leid, aber er ist auf einem seiner kleinen Abenteuer. Danke. Bis dann. Auf Wiederhören. Gespräch beendet. Gespräch beendet. What the fuck? Oh. Diese Pflanze gehört nicht hierher. Die hat nichts Futuristisches. Hihihi. Meine Grüße, Sterblichen. Ich techne die Muse des Fortschritts. Hoffe, dass Sie viel Spaß auf dieser Expo mit Ihren fantastischen Ausstellungsstücken haben. Und denken Sie daran, die Eintrittskarten für unsere Hauptattraktionen können Sie hier am Information... Hups. Okay, was haben wir hier noch? Warte mal. Den blauen Knopf habe ich, glaube ich, noch nicht gemacht, ne? Oh, drück den blauen Knopf. Sie wollen Spaß? Das Haus der Zukunft ist ausgestattet mit einem modernen Home-Entertainment-Center. Pupp! Und da fliegt die Aufblastpuppe raus. Hahaha. Ein komplettes Home-Entertainment-Center. Und was ist mit der ColecoVision? Hm. Okay. Also eine Sache... Erstmal will ich da nochmal gucken. Ich glaube, das soll eine Uhr sein. Und zwar... Ich glaube, einen Plan habe ich jetzt schon. Ich meine, der wird eine Top-Pflanze. Ich meine, hallo. Oh, wieder der falsche Knopf gedrückt. Falscher Knopf, falscher Knopf, falscher Knopf. Raus hier. Ah. So. Benutze Top-Pflanze mit Top-Pflanze. Was? Was, Junge? Witz auf die Schnauze. Halt mich zurück. Halt mich zurück. Oh, ich muss mir echt unbedingt nochmal die New Kids-Filme ansehen. Die waren so schlecht. So schön schlecht. Komm, bewege dich. Das Sound ist aber ganz schön verpackt. Ja. In der zweiten war es, glaube ich, auch ganz schön. Alle Wünsche werden einfach auf Knopfdruck erfüllt. Ja. Da haben viele Leute misstgebaut. So. Obstknopf. Telefonknopf. Im Haus der Zukunft können Telefonate in der privaten Abgeschiedenheit des persönlichen Telefonhelms geführt werden. Willkommen beim Telefonhelm von morgen. Bitte nennen Sie die Telefonnummer, wie Sie wählen möchten. Oder sagen Sie... Ja, oder sagen Sie... Klandark 4253. Hill Valley Expo, wo die Zukunft schon heute beginnt. Hier ist Techno, die Muse des Fortschritts. Mit wem spreche ich? Hier spricht Mr. Smith. Ich suche einen Freund von mir, Herrn Zufall. Zufall? Ja. Vorname Rainer. Rainer Zufall? Hör mal zu, Junge. Ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Wer bist du wirklich? Auflegen. Gespräch beendet. Wo ich mir immer noch vorstellen kann... Warte mal. Benutze Aufnahmegerät mit Telefonzelle. Nixen wäre wirklich stolz. Eins nice von der Scheißigkeit her. So rum. Bam. Probier's nochmal mit... Ist reiner Hohn. Nein. Das Wort Hohn kennen wahrscheinlich 50% der Zuschauer nicht. So, zwei. Willkommen in der Welt von morgen, wo sich jeder wie ein König fühlt. Alle Wünsche werden einfach auf Knopfdruck erfüllt. Ja, danke. Das heißt, sie geht jedes Mal ran. Im Helms geführt wird... Willkommen beim Telefonhelm von morgen. Bitte nennen Sie die Telefonnummer, die Sie wählen möchten. Klumdruck 4253. Hill Valley Expo. Zeichne hier. Wer ist dort? Ich bin's, Kid Tannen. Ich bin wieder auf freiem Fuß und will dich zurück, Baby. Ich weiß nicht, wer Sie sind oder warum Sie diese furchtbare Imitation von Kid aufführen. Aber dieser Teil meines Lebens ist vorbei. Ich bin jetzt sauber. Gespräch beendet. Freut mich, Trixie. Alter, Marty, du tust hier auch, als wärst du der Samariter des Todes, wa? Och. Hohne schon. Och. Hohne etwas. Sagen Sie Telefonzelle. Telefonzelle der Zukunft verbinden. Hier spricht Karl Sagen. Uh, der geheimnisvolle Mr. Sagen. Was wünschen Sie? Könnten Sie Edna Strickland für mich als Telefon holen? Aber klar, Mr. Sagen. Hey, Strickland! Jemand möchte tatsächlich mit dir sprechen. Mr. Sagen, ich dachte, ich höre erst wieder nach der Expo von Ihnen. Ach so? Ja, war das nicht Teil unseres Plans? Ja, unser Plan. Wegen dieses Plans. Ja. Ich bin mir über einige Details des Plans nicht so ganz im Klaren. Nicht im Klaren, aber es ist Ihr Plan. Ich meine, ich glaube, Sie sind sich nicht über alle Details im Klaren. Welche Details? Alles, was ich tun muss, ist meinen Einfluss auf Detective Parker zu benutzen, um Emmets Demonstration abzublasen, während Sie Emmet ablenken. Sie lenken ihn ab, richtig? Oh ja, dieser junge Mann ist sehr leicht abzulenken. Ach, das sag ich doch die ganze Zeit. Wegen, ähm, Sie wissen schon. Sie wissen schon? Wegen dieser Sache, über die wir gestern geredet haben. Ach, das! Um genau zu sein, bin ich froh, dass Sie es erwähnen. Ich habe nachgedacht, wäre es nicht eine gute Idee, das alles Jakob Smirnov anzuhängen? Ähm, was genau, ihm anzuhängen? Sie wissen es? Oh, jetzt verstehe ich. Sie sind immer noch sauer wegen dem Knast. Äh. Daran war der Hund schuld. Wenn der nicht angetrabt gekommen wäre, nachdem ich das Feuer gelegt hatte, wäre ich problemlos davongekommen und hätte den Verdacht nicht auf Sie lenken müssen. Sie ist die Brandstifterin. Karl? Ist da jemand bei Ihnen? Nein. Nein, nur wir zwei. Wissen Sie, ich habe Sie nie gefragt, warum Sie all diese Bars niedergebrannt haben. Warum? Weil niemand sonst etwas gegen Sie unternommen hat. Jede Nacht öffnen Sie Ihre Tore, schenken illegal Alkohol aus und bieten leichte Mädchen an, stellen Ihre Sittenlosigkeit zur Schau und die Gesetzeshüter. Ich habe also getan, was jede rechtschaffende, willensstarke Frau tun würde und etwas unternommen. Und es war wirklich prachtvoll. Die Brände waren so schön. Der Alkohol hat so schöne blaue Flammen geschlagen, als alles abgebrannt ist. Wo war ich? Sie haben erklärt, warum Sie diese Bars niedergebrannt haben. Ja. Hat Ihnen meine Antwort gefallen? Sie war sehr... ...aufschlussreich. Auflegen. Was? Gespräch beendet. Mann, Edna war schon immer verrückt. Ich hoffe, dieses Geständnis genügt, Parker. Begrüßen wir nun den Mann, der die unerschöpflichen Möglichkeiten von wuchernden Algen erkannt hat. Willkommen, Ernest Philpott. Ich habe sie noch platziert, Pühl. Es ist eine große Ehre, heute hier sein zu dürfen, unter all diesen schlauen Köpfen. Wie die Dame bereits sagte, ich forsche auf dem Gebiet der Algen. Meine Damen und Herren, sind geheimnisvoll und noch recht unerforscht. Nach ausführlichen Studien und unzähligen Experimenten, glaube ich, die Geheimnisse dieses lobenden Gewächses entschlüsselt zu haben. Und präsentiere meine Entdeckung... Wollen wir uns einen Vortrag über Algen anhören? ...von der Stolz der staunenden öffentlichen... Algenkuchen, meine Damen und Herren, stellen den nächsten Schritt der Agrarrevolution des 20. Jahrhunderts dar. Das ist nicht ihr Ernst. Algen besitzen lebenswichtige Inhaltsstoffe von A bis J sowie genügend Proteine für ein Pferd. Das ist nicht ihr Ernst. Aber auch konnten Menschen bis zum heutigen Tage nicht von den Vorteilen dieser Nahrung profitieren, da der Geschmack der Algen nicht gerade appetitlich ist. Aber gesüßt mit Mais-Sirup und den Stücken zusammengehalten durch die magischen Kräfte des Gummi-Arabicum, ist der Algenkuchen für wahr eine Geschmacksexplosion. Sie sind herzlich eingeladen, einen Stand zu besuchen. Stand A 17 hier in der Haupthalle und dort einen tostlosen Algenkuchen zu probieren. Ich danke Ihnen. Danke, Ernest. Lassen Sie sich die Gelegenheit nicht entgehen. Statten Sie dem Stand einen Besuch ab und sichern Sie sich ein Stück Algenkuchen. Ich habe es getan und es war sehr... ...interessant. Ich werde bald einen weiteren Höhepunkt unserer Expo präsentieren. Bis dann! Detektiv Daniel Backe, Junge! Schnell hin zum Detektiv, Junge! Hey Danny, kann ich kurz mit dir sprechen? Ich dachte schon, du fragst nie. Du sagtest doch, du würdest dich Edna widersetzen, wenn ich was Handfestes hätte. Und? Hast du was? Edna ist die wahre Brandstifterin. Das ist eine interessante... Aber es ist wahr, sie hat es zugegeben. Naja, ich habe das nicht gehört. Also steht deine Aussage gegen ihre. Und, äh, nichts für ungut. Aber ihr Wort ist hier von etwas größerer bedeutend. Äh... Ich will ihm das zeigen. Du sagtest doch, du... Und? Edna ist... Aber es ist... Gut, aber... Ja... Haben Sie ihm Daumenschrauben ange... Pst... Er kommt! So. Dann eben so. Entschuldigung, Genosse. Wir versuchen gerade, die Expo vor solchen Gestalten wie dir zu schützen. Es dauert nur eine Minute. Unsere Aufzeichnungspflanze. Es ist aber keine gute Idee, Polizeieigentum zu stehlen. Hey! Wissen Sie, ich habe Sie nie gefragt, warum Sie all diese Bars niedergebrannt haben. Warum? Weil niemand sonst etwas gegen Sie unternommen hat. Detective Parker? Sicherlich glauben Sie dieser schlecht gemachten Fälschung einer Aufnahme nicht. Ich bin mir nicht so sicher, was ich glauben soll, Ma'am. Aber wegen dieser schlecht gemachten Fälschung muss ich Sie leider bitten, mit aufs Revier zu kommen, um einige Fragen zu Ihrem Aufenthaltsort in den Nächten der Brandstiftung zu beantworten. Oh, sehr gut. Ich... Himmel! Was ist das? Ach, komm schon! Tja, ich sollte wirklich mal aufhören, immer darauf reinzufangen. Hey, hey! Heißt das etwa, wir können Emmett's Stand wieder freigeben? Ja! Das interpretieren wir mal als Ja. Emmett muss doch hier irgendwo sein. Hier auch nicht versteckt, nee. Kann ich die Sachen einstellen? Ja, wunderbar. Eine Elektroschockpistole wäre ziemlich nützlich, aber das ist nur ein Modell. Das wäre für viele Leute hier... Hallo, Leute! Das ist nicht ernst. Wäre für viele Leute ganz schön sinnvoll. Nee, jetzt habe ich jetzt... Oh Gott, jetzt mixe ich die Akzente komplett. Der Eigenkuchen. Ein Eigenkuchen? Ein Eigenkuchen? Kommt sofort! Moment mal! Du bist... Tauche ab, Junge! Hier ist meine Eintrittskarte. Lassen Sie mich abtauchen. Danke, Monsieur. Ich hoffe, Sie werden die Reise zum Grund des Meeres auf... Oh, Emmett ist da drin. Emmett ist da drin bestimmt. Hier ist eine Tauchkugel. Nicht? Oh, jetzt seid ihr nicht aufgepasst. Ich hoffe, ihr habt es. Heftig. Monsieur können mit Worten umgehen. Oh, nein. Mr. Dutop? Oui? Oui! Ich suche einen Freund von mir. Emmett Brown. Großer junger Mann. Rot-braunes Haar. Abwesender Blick. Das ist er. Wissen Sie, wo er ist? Er ist gerade mit einem älteren Gentleman vorbeigekommen. Ich glaube, Sie sind ins Glashaus gegangen. Super, danke. Glashaus? Äh... Oh! Hey, Emmett. Komm da raus. Hör nicht auf ihn. Perfekt. What the fuck? Nee, nicht Uhr. Drehkreuz, Junge. Oh, so ein tauber Junge. House of Glass. Modular Living Place. Base, place... Willkommen im Atlas Glass House. Der Zukunft des häuslichen Lebens. Okay, Emmett, verschwinden wir von hier. Emmett! Emmett, hör einfach nicht auf ihn, er ist verrückt. Ich bin mir noch nicht sicher wegen dieses Geschäftsangebotes, Mr. Sagan. Lassen Sie es mich noch einmal erklären. Atlas Glass. Unzerstörbar und schalldicht. Schalldichtes Glas. Großartig. Der Wohnraum ist so gestaltbar, dass er jedermanns Ansprüchen genügt. Sie brauchen ein Arbeitszimmer? Schieben Sie einfach die Wände herein. Oder wieder heraus, damit ein Bankettsaal entsteht. Idee ist witzig, eines modularen Hauses. Okay, was anderes ist hier nicht. Dann muss ich erstmal hierhin, Griff. Irgendwas blockiert sie. Ja, das hab ich mir gedacht. Wahrscheinlich. Hier irgendwie. Emmett, komm schon Emmett. Sie nach oben. Äh. Ich hab keine Ahnung. Komm ich jetzt hier rüber? Nee, ne? Ah, okay. Das verstehe mal einer. So, ich glaub, ich schieb das jetzt nochmal wieder dicht. Oh ja, solche Sachen sind total toll natürlich jetzt. Oh. Äh, äh. Nein. Nein. Chloroform. Ob du getindert bist. Machst, Russi, Dombrovski, Smirnoff, Eis. Sehr stolz, Junge. What? What? Emmett? Wo haben sie ihn jetzt hingebracht, Doc? Der nächste Aussteller auf unserer Liste ist Officer Danny Parker von der Polizei von Hill Valley. Officer Parker wird einige faszinierende Hilfsmittel vorstellen, welche unseren uniformierten Jungs bald zur Verfügung stehen werden. Ja, Alter. Den geniellen Elementen wird ab heute das Lachen vergehen. Officer Parker? Äh, nope. Äh, offenbar ist unser nächster Aussteller unvorhergesehen aufgehalten worden. Aber ich bin mir sicher, seine Präsentation wäre unvergleichlich lehrreich und faszinierend gewesen. Äh, wir können ja trotzdem etwas... Okay. Wo ist er denn? Hey, Artie. Kannst du Emmetts Demonstration irgendwie verschieben? Es gab einige Störungen in letzter Minute. Emmett hat sein Glück schon auf die Probe gestellt, indem er den mentalen Affinitätsmesser, den er eigentlich zeigen sollte, gegen dieses elektrokinetische Dings getauscht hat. Ich kann seinen Platz auf der Liste nicht ändern. Die Jury würde denken, ich wolle ihn begünstigen. Ist Emmett hier vorbeigekommen? Mit Carl Sagan? Sie kamen vor nicht allzu langer Zeit aus der Möbel-der-Zukunft-Ausstellung, aber nein, die Halle haben sie nicht verlassen. Entschuldigen Sie, Mister, ich suche einen großen, dünn, älteren Gentleman. Vielleicht in Begleitung eines großen, dünn, jüngeren Gentleman. Ich weiß, was Sie meinen. Sie sind vor nicht mal einer Minute gegangen. Wenn Sie sich beeilen, holen Sie sie vielleicht noch rein. Setzen Sie Ihren Helm ab. Den lasse ich lieber auf. Die Inlandsluft tut meinen Nebenhöhlen nicht gut. Hm. Ich weiß, dass Sie da drin sind, Doc. Doc, ja, ich bin Doktor der Märesbiologie, aber ich verstehe nicht, was Sie, ähm... Hören Sie auf, Doc. Was haben Sie mit Emmett gemacht? Hilfe! Ich werde ran gegriffen! Sunny! Gegriffen! Was machst du da? Du kannst doch keinen Aussteller angreifen. Du verstehst nicht, er hat Emmett gekidnappt. Der Junge ist offensichtlich verwirrt. Das glaube ich auch. Wolle ich ihn an seinem Ohr nach draußen schleifen? Das wird nicht nötig sein. Weißt du, wer das ist? Das ist Jacques Dutou vom Meeresinstitut. Das ist es nicht. Nein, ist es nicht. Das ist es. Sei doch ruhig. Die Expo hat es sich einiges an Mühe und Geld kosten lassen, Professor Dutou herzuholen. Wir können es uns nicht leisten, ihn zu verärgern. Aber wenn du eine Beschwerde gegeben hast, können wir das nach der Show klären. Aber wenn du noch einmal so eine Szene machst, muss ich dich leider aus der Halle verweisen. Du getindert bist. Wo haben sie Emmett versteckt? In der Tauchglocke? Es heißt Tauchkugel. Aha. Also ist Emmett in der Tauchkugel. Ich weiß wirklich nicht, wovon sie sprechen. Ich glaube, ich werde mir mal die Tauchkugel näher ansehen. Nicht ohne Eintrittskarte, Sir. Hey, will der Bursche etwa umsonst reinkommen? Ich habe Eintrittskarten. Nein. Aufpassen, ja? Schönes Gefühl, auf der richtigen Seite des Gesetzes zu stehen. Äh. Ich habe keine Eintrittskarten mehr. Professor Dutou, hm? Zu Ihren Diensten. Hm. Was haben Sie mit dem echten Professor Dutou getan? Ich glaube, ich mag Ihre Andeutungen nicht. Und ich mag nicht, dass Sie Emmett gekidnappt haben. Vielleicht sollte ich die Polizei rufen und Sie aus der Halle entfernen lassen. Sie sind so kaltblütig, Dutou. Celery! Wie man in meinem Land so sagt. Ich habe keine... Doch, Eintrittskarten. Da, Eintrittskarten. Hier ist meine Eintrittskarte. Ich will einen Blick in die Tauchkugel werfen. Das geht nicht. Was soll das heißen? Ich habe eine Eintrittskarte. Sie müssen sie akzeptieren. Entschuldigung. Es ist leider die falsche Eintrittskarte. Das ist nicht Ihr Ernst. Expo-Angebot! Zwei an... Hey, Artie. Das da in dem Tiefseetauchanzug ist Carl Sagan. Und der hält Emmett in der Tauchkugel gefangen. Das sind ja schwere Anschuldigungen. Ich muss mich darum kümmern. Gleich nach der Show. Nein. Mit dieser Eintrittskarte komme ich in jede Ausstellung auf dieser Ebene, oder? Sicher. Das ist eine P-Eintrittskarte. Aber der Typ am Aquarium nimmt das nicht an. Da muss es sich um einen Fehler handeln. Komm, lass uns das klären. Professor Duton, dieser junge Mann hier behauptet, Sie haben seine Eintrittskarte nicht angenommen. Dann spielen wir eben nach diese Regeln. Ich nehme seine Eintrittskarte gerne an. Bitte, auf die Leiter. Ich schäbe die Tauchkugel. Mon Dieu. Was ist denn da los? Die Zahnräder. Sie müssen sich verklemmt haben. Es tut mir leid, aber ich kann die Tauchkugel momentan nicht heben. Schade aber auch. Ja, ich kümmere mich um das Problem. Wenn Sie vielleicht später wiederkommen. Oh nein. Ich, Techno, die Muse des Fortschritts, gewähre Ihnen die Ehre meiner Anwesenheit. Was könnte es Schöneres geben, als diese Expo der Wissenschaft und Technik, die Hill Valley, der Welt als Geschenk darbietet? Denn ein guten Morgen, lieber Neo. Sollten wir es noch nicht getan haben, so empfehle ich Ihnen, einen Blick auf die Ausstellung Möbel der Zukunft hier in der Haupthalle zu werfen. Eintrittskarten gibt es bei mir. Techno am Informationsstand. Hm. Ganz ruhig bleiben. Die Tauchkugel ist wegen Reparaturarbeiten geschlossen. Zurück, du knickst den Schlauch ab. Und was macht das, wenn sich niemand in der Tauchkugel befindet? Das ist sehr unschön. Oh, Entschuldigung. Ich bleibe einfach mal drauf. Es ist ein alter Seemänischer Abherr, Glaube. Näre sein Schlauch abgeknickt, droht Unglück. Natürlich, wenn sich jemand in der Tauchkugel aufhält. Aber Sie sagten doch, dass sich niemand darin befindet. So ist es auch. Hey. Emmett bekommt keine Luft, bis Sie die Tauchkugel anheben. Oh, Emmett? Emmett, Sie! Ich werde einfach diesen Luftschlauch dicht halten, bis Sie die Tauchkugel heben. Tun Sie das lieber nicht. Warum nicht? In der Tauchkugel ist doch niemand, oder? Lassen Sie den Quatsch jetzt. Jacques Dutot, alias Carl Sagan, alias... Nein! Sie wissen, was geschieht, wenn die Luft ausgeht. Mit Ihnen beiden. Machen Sie sich den Knick aus dem Schlauch! Siehst du nicht, dass er uns zum Narren hält? Die Zahnräder sind okay. Monsieur Dutot gibt sein Bestes, um das Ausstellungsstück zu reparieren. Es hilft gar nichts, wenn du ihn so bedrängst. Machen Sie sich den Knick aus dem Schlauch! Ich verlange, dass Sie Emmett aus der Tauchkugel befreien. Ich, äh, ich weiß nicht, äh, von wem du sprichst. Wir warten einfach. Es kann nicht... Nimm den Fuß vorm Schlauch! Heben Sie die Tauchkugel, Doc! Das werde ich nicht tun! Dann tue ich auch nicht! Ich bin halt krassomat und mega intelligent. Ja, auf mysteriöse Art und Weise. Himmel. Ja, ja. Hey, du da! Hey, er hat gerade seine Brieftasche geklaut. Ich glaube, er hat seine Brieftasche geklaut. Lord. Ich erinnere mich kein Ozeanograf zu werden. Ich glaube, ich habe leichte Platzangst. Ich hätte da nie reingehend dürfen. Ja, wir haben alle unsere Probleme. Und jetzt zurück zu deinem Standbevor... Das Komische ist, ich erinnere mich gar nicht, da reingegangen zu sein. Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass ich im Glashaus mit Carl Sagan gesprochen habe. Wusstest du, dass er ein echter Wissenschaftler ist? Hab ich gehört. Was hat er denn gesagt? Er hatte seinen kurzfristigen Geschäftsplan. Alles so schnell, schnell. Ich hab die Einzelheiten nicht verstanden. Es hätte bedeutet, die Expo vor Schluss zu verlassen, also habe ich gesagt... Sag mal, wo ist er hin? Weißt du das? Carl Sagan? Er musste gehen. Eines seiner Experimente ist in die Luft geflogen. Ha, ha. Laute 94. Moin, die Bagaloon. Und du hast ihn gerade eine super Show verpasst. Emo. Lieber Jack. My lovely Mr. Felix. Hade ich in der Tasche. Er leuchtet nicht mehr. Und wer weiß, einer der Apparate dieses Jungen könnte funktionieren und das Leben aller in dieser Stadt verändern. Könnte es das sein, was er uns heute mitgebracht hat? Es wäre nicht das erste Mal, dass die Welt für einen Kind verändern... Es wäre nicht das erste Mal, dass er nicht leuchtet. Sind die Stehlager jetzt alle in hochgestellter Lage? Stehlager, Stehlager. In hochgestellter Lage. Fertig. Dann sind alle Systeme betriebsbereit. Wünsche für Glück. Das muss ich nicht. Meine Damen und Herren, hier ist Emmett Brown! Ich verlange, dass die wissenschaftliche Demonstration von Emmett Lethrop Brown abgebrochen wird, da er geisteskrank ist. Es ist eine klare Missachtung mir, seinem Vater gegenüber. Wo ist er? Übergeben sie ihn mir unverzüglich. Nee, warum? Je länger du dich versteckst, desto schlimmer wird es für dich. Emmett, pst! Verrat mich nicht! Spring einfach in den Levitator und ab geht's. Was soll er machen? Mich mit der Flugabwehrkanone abschießen. So, blablabla steht da ein sozial... Hatten wir dir nicht soziale Kontakte untersagt, damit du mehr Zeit zum Streamen hast? Bestößt du schon wieder gegen deine Auflagen? Verdammt, was hab ich verpasst! War Familie, das hatten wir doch schon. Die hören einfach nicht auf, mich zu mögen. Nee, nee. Kumpel-Mordversuche sind Hilfe, stimmt allerdings. Das steht sogar tatsächlich immer noch auf meiner Liste. Ich hab einige Dinge von denen, die ich dachte, wirklich absolut gecancelt. Aber Thinking in Time Machines ist immer noch in meiner Liste. Aber, im Übrigen, liebe Leute, eventuell geht morgen ein neues Let's Play los. Ein drittes quasi. Und ein AAA-Titel. Eventuell hole ich mir morgen als Spontankauf Hellblade. Mal gucken. Bin am Überlegen. Also, ich überlege spontan. Um es spontan... mir überlegt zu haben. Er war dein Text. Ich dachte, du hast keine Angst mehr vor deinem Vater. Wenn er so eine Laune hat wie jetzt, wäre es lebensmüde, keine Angst zu haben. Komm schon, Emmett, du kannst deinen großen Moment nicht verpassen. So zusammengekauert siehst du nicht gerade würdevoll aus. Besser würdelos als tot. Lass mich mit ihm sprechen. Ach, dieser Junge! Du, denk nur nicht, du kannst ihn beschützen! Also, Mr... Herr Richter, Sie veranstalten hier eine ganz schöne Szene. Falsch! Ich hindere meinen Sohn daran, hier eine Szene zu veranstalten. Verärgere ihn nicht! Lass doch übrigens ihn platzen. Also, wenn du nichts sagst... Also, ist er da bei dir! Danke auch. Ich befehle dir, sofort darunter zu kommen! Ich will mit meinem Sohn sprechen! Emmett ist nicht bereit, direkt mit Ihnen zu sprechen. Ach, mein Gott! Und du bist sein Sprachrohr! Davon gehe ich aus, ja? Wenn Sie erlauben, das Problem ist, dass Sie zu bestimmt sind. Sie schüchtern ihn ein. Ich schüchere ihn nicht genug ein! Das ist das Problem! Sie können ihm das nicht ausreden. Seine Entscheidung steht. So. Wenn Reden nicht hilft, dann gibt es eben Prügel. Können Sie beide das nicht später klären? Du meinst, nachdem er seine lächerliche Erfindung vorgeführt hat? Ja. Nein! Nicht weggehen! Ich gehe nirgendwohin! Vier! Emmett! Ich spreche nicht mit ihm! Es hat keinen Zweck! Also, was ist dein Plan? Ich bleibe einfach hier. Nach ein paar Jahrhunderten setzt sowieso der Versteinerungsprozess ein. Und das war's dann. Okay. Klingt nach einem Plan. Ein doofer Plan, aber ein guter Plan. Vielleicht gibt er dir eine Chance, alles zu erklären. Immerhin ist er Richter. Ja, ein Richter, der sein Urteil schon gefällt hat. Er wird mir nicht zuhören. Das hat er noch nie. Bin gleich wieder da. Also, ist jemand dann zu einer Stellungnahme bereit? Er sagt, es sei zwecklos, mit Ihnen zu sprechen. Sie hören nie zu. Nicht weggehen. Das zeigt nur, wie voreingenommen er ist. Natürlich höre ich zu. Wenn er seine Verrücktheit erklären kann, dann kann ich auch nachsichtig sein. Nicht weggehen. Ich zähle bis fünf. Eins. Emmett. Ich spreche nicht mit ihm. Besser ver... Wissen wir... Du hast ihn gehört. Er hat gesagt, er hört dich an. Ähm... Versuch es wenigstens. Vater? Sohn? Du hast mich nie auf nur ansatzweise verstanden. Du willst nur auf mir rumtrampeln und meine natürlichen Instinkte unterdrücken. Du weißt nicht, wie es ist, Junge zu sein. Du weißt nicht, wie es ist, Träumen und Ambitionen zu halten. Die Jungen ohne zu wechseln. Ich hätte dich unterdrücken sollen, und du deine Mutter zu erlauben, dir jeden, dass er lächelig ist, in München zu erfassen. Du schiebst es auf deine Jungen in Amerika, wenn ich in deinem Alter so gewesen wäre, hätte mein Vater mir eine ordentliche Arbeit, bis das nicht der Grund ist, als du nach Amerika gekommen bist, um dort zu leben, wo es nicht so viele Regeln gibt. Und? Wir haben geredet. Bist du nun glücklich? Ja, wunderschön. Bitte, Sie dürfen Emmett nicht dem Weg stehen. Dazu müsste man mir ein überzeugendes oder einfach nur ein schlüssiges Argument liefern. Sehen Sie, euer Ehren, diese Demonstration ist Emmett einfach unglaublich wichtig. Pft! Kindisches Gehabe! In zwei Wochen hat er das alles vergessen. Davor hab ich noch Angst. Emmett ist nur... Dickköpfig, stur, unnachgiebig, unbelehrbar und versessen. Okay, aber aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, sind diese Eigenschaften irgendwie positiv. Das ist dein Blickwinkel, junger Mann, aber ich bin mir da nicht so sicher, ob es der richtige ist. Täusch dich da nicht. Das sind Eigenschaften, die Ärger bedeuten. Wie hat er von... Hören Sie, euer Ehren. Sie sehen es vielleicht nicht ein, aber von Emmetts Demonstration hängt viel ab. Ein weiterer Grund, warum ich sie verhindern muss. Zieh mir in die Augen, junger Mann. Ich gehe davon aus, dass du meinen Sohn mittlerweile ganz gut kennst. Denkst du wirklich, sein Ausstellungsstück wird ein Erfolg? Sicher. Sicher wird es das. Ha! Du weißt genauso gut wie ich, wie das endet. In einem Desaster. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber auch wenn es so ist. Ich meine, gestehen Sie Emmett nicht zu, ein paar Fehler machen zu dürfen? Emmett hat sein Fehlerkontingent für dieses Leben überschritten. Als sein Vater muss ich weitere Fehler verhindern. Emmett versucht nur, sich einen eigenen Namen zu machen. Vielleicht waren die Dinge in ihrer Jugend anders, aber heute muss man Risiken eingehen. Was weißt du über Risiken? Versuch mal in ein fremdes Land zu ziehen, dessen Sprache du nicht sprichst und mit nur zwei Dollar in der Tasche. Sie? Darauf kannst du wetten, denn ich habe es ja auch geschafft. Und wie stand Ihr Vater damals dazu? Papa? Er hat gekocht vor Wut. Er meinte, ich wäre ungehorsam und... Also war Ihr Vater nicht damit einverstanden, dass Sie nach Amerika gingen? Tja, Papa hat die junge Generation nie wirklich verstanden. Zum Ende hin war er auf einem guten Weg, aber da war es schon zu spät. Sag ihm, ich höre ihn an. Ich will ihn anhören, wenn er reden möchte. Emmett, spielst du bitte den Friedensstifter, Pollyanna? Pollyanna, bist du ein Behinder? Alter! Er sagt, eine Dickköpfigkeit hast du von deiner Mutter. Jetzt reicht's aber. Ihm reicht es nicht, mich zu beleidigen. Er muss auch noch meine Mutter durch den Dreck ziehen. Mutter ist ganz anders als ich. Sie ist sanft und freundlich und endlos geduldig. Wenn, dann bin ich eher wie... Ach, vergiss es! Ritt, wein doch nicht! Ich glaube, diesmal meint er es wirklich ernst. Er wird mir nicht zu... Du wolltest sagen, du bist wie... Vergiss es! Kann es sein, dass du und dein Dad... Nein, Themawechsel! Emmett, sei kein Frosch! Okay, du hast deinen Stolz. Verstehe ich. Und er genauso, aber... Warum willst du nicht versuchen, mit ihm Frieden zu schließen? Er ist eine Familie und... Die Familie ist wichtig. Manchmal ist sie... Naja, wichtiger als... Darf ich... Heraufkommen? Also, du denkst, meine neue Erfindung endet in einem Desaster? Ja, ja, das glaube ich. Und ich bin hier, um zu verkünden, dass ich, wenn es für meinen Sohn in einem Desaster endet, da bin, um ihn zu unterstützen. Papa! Papa! Du wirst deine Einstellung ändern, wenn du dieses Baby erst einmal im Betrieb siehst. Schau her, das Kraftfeld, das vom statischen Akkumulator erzeugt wird. Arti, gib Frixie das Zeichen. Wir sind bereit... Hier ist kein Feld. Bei der Akkumulator nicht irgendwo. Oh gut, meine Damen und Herren, danke, dass Sie während dieser unumgänglichen Verzögerung so geduldig gewartet haben. Und nun ist die Hill Valley Expo sehr stolz, Ihnen, Mr. Emmett Brown, und seinen elektrokinetischen Levitator... ...zu präsentieren. Aber der... Ach, jetzt hat er doch Saft. Die Anna und Kessie, mein Element, please! Die Anna und Kessie, mein Element, please! Okay, hier bin ich jetzt durch, schnell weiter. Dass ich auch nie mitfeiern darf. Gott! Ja, die Musik macht immer fröhlich, oder? Ich muss hier das Ding als Klingelton machen. Achso, im Übrigen, wer nicht weiß, wie das geht... Mein lieber Snow wird gleich ein, äh, mein Moderator wird gleich ein, äh, Video posten hier in den Chat. Ähm, von wie man Auto-Klingeltöne macht. Snow, Auftrag erkannt, sieh zu. Vergessen Sie's. Los, wir müssen einen Weg finden, Sie aufzuhalten, bevor... Nein, komm nicht näher! Doch! Aber... Weg! Warte! Doc! 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 Oh mein Gott! Doc! Sagen Sie was! Chromium. Lithium. Kalium. Ridium. Titanium. Rotein. Ich hole Hilfe. Zeitung. Wer... Sie meinen... Wir bringen Sie ins Krankenhaus, dort. Sie werden bald wieder gesund. Nein. Ich glaube, ich werde bald gesund sein. Martin. Nein. Doc, bitte. Tun Sie das nicht. Gehen Sie nicht. Er hat sich aufgelöst. Weil der Zeitstrang weg war. Du hast alles richtig gemacht. Doc. Kommen Sie zurück. Doc? Doc? Ja. Was hab ich mir nur dabei gedacht? Natürlich ruiniert der Ionenwind eines Elektromagneten, dieser Größe einen lediglich mechanischen Steuerungsmechanismus. Wir brauchen ein weitaus fortschrittlicheres Kontrollsystem. Ich frage mich, ob wir einen Weg finden können, das körpereigene Gravitationsfeld in elektrokinetische Energie umzuwandeln. Dadurch könnte jemand in der Lage sein, den Ionenstrom einfach durch Gewichtsverlagerung zu steuern. Grundgütiger, das ist es. Was ist mit deinem Vater? Ja, ich denke, ich sollte auf ihn warten, bis er mit den Verantwortlichen fertig ist. Er war nicht sehr begeistert von dem unerwarteten Verlauf meiner Demonstration, aber du hast ihn ja gehört. Er hat verstanden, dass das Leben der Wissenschaft Höhen und Tiefen hat. Das sehe ich so. Diese kleinen Fehler bringen uns voran auf dem Pfad des Wissens. Los, wir dürfen keine Zeit verlieren. Zurück zum Labor und... Entschuldigung, stimmt etwas nicht? Das ist eine lange Geschichte. Ich habe quasi gerade jemanden verloren. Oh, wie traurig. Jemand, den ich kenne? Nein, niemand kannte ihn hier. Er war völlig fremd in dieser Welt. Ich kenne das Gefühl. Der Mann scheint mein Seelenverwandter zu sein. Dann ist es jemand, den ich kenne. Ja, nein, vergiss es. Es hat nichts mit dir zu tun. Was? Marty, du bist ein großes Mysterium für mich. Woher du kommst, was du hier machst. Aber eins weiß ich jetzt. Was auch immer es ist, es hat etwas mit mir zu tun. Bitte, Emmett, frag nicht weiter. Was ist das? Oh, sag es mir. Ich verlange eine Erklärung. Du würdest es nicht verstehen. Ach ja? Versuch es. Was ist das? Eine Erklärung. Aber du musst mir eins versprechen. Sieh erst nach, wenn du den Schlüssel zur Stadt hast. Ja? Emmett! Versprich es mir. Emmett! Wo bist du, mein Sohn? Ich bin gleich da, Dad. Schlüssel zur Stadt? Das verstehe ich nicht. Das kannst du auch nicht. Noch lange nicht. Es würde irreparablen Schaden irgendwo anrichten. Versprich es mir einfach. Okay, ich verspreche es. Oh, yes. Ich geh gleich auf den Chat ein, wenn die Sequenz vorbei ist. Warte! Ich werde dich noch wiedersehen, oder? Das garantiere ich. Emmett! Emmett! Entschuldigung. Manchmal geht die Emotion mit mir durch. Und wo ist jetzt die olle Schnöpfe hin? Oh oh. Es hat funktioniert. Doc? Wie jetzt? Also warst du derselbe, Marty. Witzig, wie einem das Gedächtnis Streicher spielen kann. Aber irgendwie hatte ich dich viel größer in Erinnerung. Hehehehe. Wie war die Zeremonie? Lang. Das ist eine sehr theatralische Art, Nachrichten zu senden. Das habe ich nur getan, um ihre Zeitachse nicht zu verändern. Sehr clever. Aber was machst du im Jahr 1931? Um sie wieder auf den rechten Pfad zu führen. Ich bekomme, ihre Hotze mit Edna zu verändern. Ich bin gekommen, um sie zu retten. Mein jüngeres Ich? Nein, ihr Ich. Aber dann wurde ihr jüngeres Ich darin verwickelt. Also, sie waren im Gefängnis. Kein Problem. Es ist besser, wenn ich es nicht weiß. Lass uns einfach zurück ins Jahr 1986. Außer wenn deine Anwesenheit weitere Zeitanomalien... Ich? Niemals. Nein. Nun, ich bin immer noch etwas verwirrt wegen... Wo ist er? Wo ist dieser Nichtsnütz von einem Sohn? Er hatte... Hast du meinen Artie gesehen? Artie McFly? Na den. Ich habe einen Anruf von Melvin aus dem Stadtarchiv erhalten. Er meint, dass der Idiot sich mit einem kanadischen Flitt... ...zusammengetan? Geheiratet! Ich schwöre, der Junge bringt seinen Vater noch frühzeitig ins Grab. Also, so hat sie ihren Job zurückbekommen. Lol. Er hat die falsche Großmutter geheiratet. Also, Trixie ist nicht meine Großmutter. Und wenn sie nicht meine Großmutter ist, dann bin ich nicht ich. Moment. Das war Urgroßvater Willy. Ich habe ihn als Baby gesehen. Er hat mich angepinkelt. Sicher, dass mich ungedreht war? Ich werde wieder verschwinden. Beruhige dich, Marty. Du siehst ziemlich stabil aus. Was auch immer das Problem sein sollte, ich bin mir sicher, dass du es mithilfe... Das Auto! Na toll. Es löst sich. Wie zum Teufel ist sie hierher zurückgekommen? Sie? Du? Du bist nicht Edna. Was geht hier vor? Ist das eine Intrige, um mich ins Irrenhaus zu schaffen? Nein. Es ist ganz einfach, Danny. Oh, da bin ich mir sicher. Sag mal, habe ich oder habe ich nicht gerade Edna Strickland in diesem Auto verjagt? Nicht genau dieses Auto, aber ein Auto wie dieses. Ein Auto mit der verrückten Angewohnheit, sich in Luft aufzulösen? Warte! Edna Strickland ist gerade mit dem DeLorean verschwunden? Wenn das Ding so heißt? Es machte viel Lärm und dann... Bumm! Verschwunden! Großer Gott! Na? Marty, hast du vielleicht eine Ahnung, zu welchem Datum sie gesprungen sein könnte? Nicht die leiseste, Doc. Die Zeitleitungen des DeLorean sind völlig aus dem Gleichgewicht. Sie kann zu jedem Datum gesprungen sein. Oh! Das ist nicht gut! Das ist gar nicht gut! Hoffen wir einfach, dass sie in die Zukunft gesprungen ist! In die ferne Zukunft! Sollte sie in die Vergangenheit gesprungen... Du denkst, sie könnte die Zeit gerade durcheinander bringen? Moment mal, das ist Edna! Natürlich würde sie die Zeit gerade durcheinander bringen! Kann mir vielleicht jemand sagen, was zum Teufel hier... Oh oh! Wo soll er hin? Was ist hier los? What the fuck? Doc? Haben wir Hill Valley gerade verlassen? Nein! Ich glaube, Hill Valley hat uns gerade verlassen! Wie? Nein! Etwas muss damit geschehen sein! Vor langer Zeit! Sieh an! Sie sehen aus, als hätten sie sich verirrt! Hey, was zum Geier ist das? Oh! Das ist nur ein Testfahrzeug! Beachten sie es gar nicht! Hm... Vielleicht können sie... Wo genau sind wir? Wir haben uns verirrt! Sie sind am äußersten Punkt meiner Route! Genau da! Ungefähr 25 Meilen vorher! Nein! Gewissermaßen! Hören Sie! Wir sind auf der Suche nach Hill Valley! Nach wem? Hill Valley? Nein! Hill Valley! Eine Stadt namens Hill Valley! Hill Valley! Also ich hab vielleicht mal gehört, dass hier vor langer Zeit eine Stadt war! Aber ich weiß nicht viel darüber! Wie ich vermutet habe! Seit wann gibt es Hill Valley nicht mehr? Oh Mann! Ich weiß nicht! Das war alles vor... Dann muss es also vor mehr als... 45 Jahren geschehen sein! Niemand möchte heutzutage mehr hier wohnen! Mein Vater wollte vor einigen Jahren hier eine Farm kaufen! Aber er wurde von... Scary Mary! So nennen wir sie alle! Sie wohnt ein paar Meilen von hier entfernt! Ich fahre einmal im Monat vorbei! Sie ist verrückt nach Nachrichten! Sammelt alle Zeitungen aus der Gegend und wirft nie eine weg! Warten Sie! Können Sie uns den Weg zeigen? Wir müssen unbedingt mit ihr sprechen! Tut mir leid! Aber ich bin mir ziemlich sicher, sie will nicht mit Ihnen... Warum sollte sie nicht mit uns sprechen wollen? Die Sache ist die! Mary ist steinalt, aber sie ist doch etwas... seltsam! Wenn Sie wissen, was ich meine! Wir kommen schon mit ihr zu Recht! Mag keine Fremden! Wir sind ganz höflich! Bitte! Wir müssen Sie sprechen! Hm... Okay, wenn Sie unbedingt wollen! Biegen Sie an der Brücke rechts ab und folgen Sie dann den Reifenspuren bis zum Ende! Sie müssen die letzte Viertelmeile laufen! Viel Glück! Sagen Sie nicht, ich hätte Sie mich gewarnt! Ich glaube, ich werde es bereuen, Sie darauf geschickt zu haben! Kann ich fahren? Oh! Okay! Äh... Ich habe Angst, dass ich jetzt... etwas überspringe! Nein! Nur Pause! Sehr gut! Liebe Leute! Dann werden wir jetzt tatsächlich mal eine kurze pinke Pause einlegen, weil sonst gibt es hier gleich ein Malheur! ja... So... da 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 da! Schade, das gibt es nicht! ich suche gerade ein schönes alles klar das alles klar gut wir sehen uns in drei minuten 17 wieder bis gleich ein Untertitelung. BR 2018 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 Achso, wollte schon sagen. What the fuck. Ähm, bababababam, wer hat das geschrieben? Auto, mach, kle... Der Pü hat geschrieben. Wenn du irgendwann so Knöpfe für Soundfights benutzt, wie der Kühn, musst du das mit einbauen. Aber was denn? Was soll er einbauen? Die Musik von Back to the Future? Oder... Oder was? Ich würde gerne wissen, was? Was muss er tun? Oh, Fug. Das nenne ich Vorbereitung. Meine Praktikantin arbeitet nicht mit. Praktikantin! Ah! Eie Sekunde. So, jetzt hat er auch wieder was zu süffeln dabei. Ein unsichtbarer Vorhang. Ah! Ja, die Musik von Back to the Future. Das, boom, so ein Feuerball einbaut. Achso. Ja, das ist auch witzig. Das war bei der, äh, Back to the Future Musik vorhin. Da, da, da. Musik von... Ja, ja, das ist schon cool. Die ist doch toll. Die ist auch cool. Scheiße. Ach, kacke. Ich hab vergessen. Ich wollte eigentlich noch auf der Gitarre mir das reingeprügelt haben und heute als krönenden Abschluss noch spielen. Hat er vergessen. So, die vier Tage ein unsichtbarer Vorhang. Ob man gleich Peitschniebe hört. Ja, aber nur wird nicht sie getroffen. Hm. Hm. Nie. Sondern immer krieg ich aus dem Maul. Immer. Hilfe. Hilfe, wenn mich irgendjemand hört. Hilfe. Ähm. So. Wunderschön. Also. Weiter geht's. Okay. Mary Pickford. Mary Pickford. Teile des DeLoreans. Die alte DeLorean. Wipe your feet. No solicitors. Stop. Go away. Geh weg. Mob. Geil. Nach dieser fünf oder zehn Minuten langen Sequenz ist das erste, auf das hier automatisch gezeigt wird, Mob. Danke. Ausgebrannte DeLorean. Dog, es ist ein... Psst. Piepst. Sieh doch. Psst. Fuck, was hat er denn? Was sehen Sie? Das Fahrzeug hat schweren Schaden genommen. Ach. Bleiben Sie auf dem Teppich, Dog. BTF. It's time to stop. What you deserve is what you get. Okay. Briefkasten. Mary. Ach, scheiße. Mary Pickford. Mary Pickford. Mary Pickford. Mary Pickford. Wie könnte sie nur einen Decknamen wie diesen herhaben? Ah, jetzt kann ich hier endlich. Schild einer Schmiede. Ein Schild einer Schmiede. Ob das wohl noch von Dog ist? Er war damals in... Der Hufschmied. Haut das hin mit der Zeit? Es könnte durchaus sein, dass sie im Wilden Westen gelandet ist, im dritten Teil auch. Ich würde... Ich würde... BTF. Jetzt nehme ich nur den Mob mit von dem ganzen Teil. Wunderschön. Sieh doch. Psst. Sieh doch. Psst. Schrei mich doch nicht... Ganz ruhig, Alter. Sieh doch. Psst. Sieh doch, ein Plumpsklo habe ich gefunden. Guck mal. Prisbee's Pies. Da ist auch eine Andeutung. Da, wo jetzt gerade der Kopf dran ist. Von Marty. Prisbee. Da hat er im dritten Teil die geworfen. Sieh doch. Psst. Psst. Okay. Kaktus. Hm. Sieh doch. Psst. Oh, Alter. Saloon. Ein altes Saloon-Schild. Toll. Nur schade, dass es verkohlt ist. Oh, das hat sie auch abgefackelt. Psst. Super, ey. Okay. Habe ich hier noch irgendwie was? Nee. Fenster. Weg von der Hütte! Entschuldigen Sie die Störung, Madam. Könnten Sie uns vielleicht sagen... Ich spreche nicht mit Rabau. Nicht besonders freundlich. Doch. Das war Edna. Edna Strickland? Unmöglich. So war sie, als ich sie zum ersten Mal getroffen habe. Ich musste... Überlassen Sie das mir. Okay. Wenn du meinst, du weißt, was du tust. Oh Gott. Denk daran, wir müssen erfahren, was mit Hill Valley geschah. Und genauso wichtig ist, wann genau es geschehen ist. Ednas Großvater, Marshall Strickland. Das ist dasselbe Bild, das ich in Ednas Wohnung gesehen habe, damals, in der Zukunft. Tauberdraht. Drübersteigen? Oder bin ich jetzt extra gegengetreten? Hallo, Mr... Wer sind Sie? Äh, Jakos Mierdorf? Du, ein alberner Name. Ich spreche nie mit Fremden, die albernen Namen haben. Aber wir sind keine Fremden. Woher kenne ich sie? Sie haben mich interviewt, als Sie noch jung waren. Hör zu, junger Mann. Ich bin eine umgängliche Frau. Aber ich befolge einige Regeln. Und Regel Nummer eins lautet... Ich spreche nie, niemals über die Vergangenheit. Oder über die Zukunft. Ich spreche nur über das Heute. Ich glaube, das lief nicht so gut. Natürlich spricht sie nicht über die Vergangenheit. Denn in ihrer Vergangenheit gibt es etwas, das sie vergessen möchte. Aber das bekommen wir schon. Na los, klopf noch einmal an die Tür. Ich würde gerne an die Tür klopfen, aber das war nicht so einfach. Du weißt so, Stolperdraht und... Ach, jetzt steigt er drüber. Schön. Ich dachte, der Hinten gibt ihn, der Hätten hat. Bam! Ich bin's nochmal. Ihr alter Freund. Woher kenne ich Sie? Wir haben einen Tag zusammen verbracht. Haben wir? Wo? Auf der Expo. Das ist verrückt. Ich war die ganze Zeit hier seit... Welcher Tag ist heute? Dienstag, der 13. Oktober, 1931. Der 13. Oktober, 1931. 13. Oktober? Irgendwas ist mit diesem Datum. Also, was willst du hier? Ich habe ihnen etwas mitgebracht. Was ist es? Lass mich sehen. Ich habe das hier mitgebracht. Blumen interessieren mich nicht. Aber man hört... Und sprechende Blumen mag ich noch weniger. Weg damit! Geht, also... Saloon-Schild? Tickets! Die Tickets! Komm, die Tickets sind's! Ich habe diese... Karten für die Expo mitgebracht. Welche Expo? Die Expo, auf der sie den DeLorean genommen haben und in der Zeit zurückgereist sind. Bring mich nicht durcheinander! Ich weiß nichts über Zeitreisen! Zeitreisen wusste ich noch nie! Und außerdem spreche ich nie über die Vergangenheit! Moment, ich muss mir mal gucken. Idle hat mich was gefragt. Kühn? Unser Creepy Shadow guckt auch zu. Moin de Bagaloot! So, Kaktusse! Das heißt Kakteen. Nein, ich meinte dich. Ja, war klar. Zeitschleife Paradoxon. Niemand spricht über den Fight Club. Spongebob! Ein Idle. Du bist eher ein Patrick. Ist das Mayona... Ist Mayona... Ist Mayonaise auch ein Instrument? Ja! Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit! Och, Mann! Ich bin sicher, dass sie mit mir reden wird. Worauf wartest du? Nein, weil ich eigentlich gehofft hatte, dass... So, ich nehm den Stolperdraht. Und in dem Moment geht meine Flasche hier halb zu Bruch. What the fuck? Hören Sie mich, Sie müssen uns sagen, wohin hier... Hill Valley? Ihr steht in Hill Valley. Eine Einwohnerin. Sie wissen schon, dass hier heute eine Stadt sein sollte, oder? Vielleicht war hier eine Stadt vor langer Zeit. Oder vielleicht auch in der Zukunft. Wie oft muss ich es noch sagen, dass ich nur über das Heute rede? Kommen Sie, Miss Strick... Miss wer? Strickland. Sie sind Edna Strickland. Sieh doch auf dem Briefkasten, Sonny. Da steht Pickford. Barry Pickford. Und das ist so, dass ich denken kann. Sie erkennt mich. Und ich habe schon gesagt, ich will nicht daran denken. Sie hat mich Sonny genannt. Aber ich hatte mich als Smirnoff vorgestellt. Sehen Sie das Auto da drü... Ich? Ein Auto stehlen? Du hast ja Nerven, junger Mann. Jeder in der Stadt weiß, dass Mary Pickford die gesetzestreueste Bürgerin ist, die Hill Valley je hatte. Und ich gebe keinen müden Heller auf die Vergangenheit. Ich habe Ihnen etwas... Was ist das? Lass mich sehen. Jemand? Was? Wer ist es denn? Sehen Sie genau hin. Erzählen Sie mir nicht, Sie erkennen Ihren eigenen Freund nicht. Mein Freund? Ja, er ist... Ganz erwachsen. Komm mal etwas näher. Marty, was soll ich bitte? Vertrauen Sie mir, Doc. Spielen Sie einfach mit. Kann das sein? Emmett? Ja, Edna. Ich bin's. Du bist es! Es ist der 13. Oktober 1931! Oh, du bist Emmett! Emmett! Wie konnte mir das passieren? Hab ich etwa geträumt oder... Bleib wo du bist! Ein klassischer Fall von verdrängter Erinnerung. Ist der mentale Damm erst einmal gebrochen, befindet sich die Person plötzlich in der Szenen, die sie vergessen will. Sehr schön. Jedenfalls ist sie schlanker als ihr altes, altes Ich. Du bist zurück! Hehehehe. Natürlich, ich wusste es. Ein intelligenter Junge wie du würde nicht wegen eines dummen Streits seine wahre Liebe aufgeben. Ich habe den kleinen Zuff von letzter Nacht schon vergessen. Du doch bestimmt auch. Natürlich habe ich. Natürlich habe ich. Was? Ähm. Was war das? Zuckerschnute. Zuckerschnute. Das ist nicht mein Kosename. Ach, scheiße. War es das nicht? Was ist hier los? Honigauge. Ähm, äh, Honigauge. Du bist so süß. Aber du gibst dich immer noch mit diesem Smirnoff ab. Lass das! Er hat einen schlechten Einfluss. Und du musst aufhören, an diesem gefährlichen, elektrokinetischen Dings da zu arbeiten. Ähm, okay. Unkaputt gespielt. Was ist los? Kapott. Etwas mit Detective Parker. Etwas, das mir am 13. Oktober passiert ist. Was war das nur? Kannst du ihr auf die Sprünge helfen? Wenn wir ihren Geist in der Vergangenheit halten können, erfahren wir vielleicht die ganze Geschichte über die vorzeitige Zerstörung von Hill Valley. Das wird ihre Erinnerung zurückbringen. Erinnerung woran? Ich will mich nicht erinnern. Wer bist du? Was machst du in meinem Garten, du Rabauke? Du Bagaloot! Nein, Edna, kein Garten. Was? Hier spricht Emmett. Es ist der 13. Oktober 1931. Ja. Und gleich geschieht etwas. Oh ja, etwas Großes. Aber was? Sprich sie besser nicht an. Das bringt sie raus. Vielleicht versetzt dich das zurück. Zurück wohin? Ich möchte nicht zurück. Bleib, wo du bist, Edna. Bitte, Marty. Hol sie nicht aus ihrer Trance. Ich muss doch was machen. Wissen Sie, ich habe Sie nie gefragt, warum Sie all diese Bars niedergebrannt haben. Warum? Weil niemand sonst etwas gegen Sie unternommen hat. Nein! Stell das ab, du Trottel! Ein Parker, das hört, wird er... Officer, ich kann das erklären. Es war ein Trick. Ich wurde reingelegt. Ah, er ist hinter mir her! In diesem aufgemotzten Zukunftsauto kriegt er mich nie. Verflucht! Ich darf ihn nicht verlieren. Jetzt kann ich nicht mehr zurück. Dann lasst uns mal sehen, was dieses Baby kann. Und, da kommt es! Ja, da kommt was? Ich, äh, ich weiß nicht. Jetzt sollte irgendetwas Unerwartetes passieren. Aber ich weiß nicht was. Wenn ich es mir überlege, wie kann ich etwas Unerwartetes erwarten? Hm, was geht hier vor? Kann ich hier ein Feuer entzünden? Wir müssen Sie dazu bringen, mehr von der Geschichte zu erzählen, bevor Sie aus der Trance erwacht. Was da wohl kocht? Ich sollte jetzt wirklich keine Sachen anzünden. Doch! Musst du! Doch, genau das musst du! Ähm... Ähm... Saloon-Shield... Blacksmith... Benutze Mob mit... Oh, ich ahne Schlimmes. Nein! Ben! Nein! Nein! Einfach nur nein! Oh, shit! Immer wenn das Myrnov genannt wird, muss man Wodka kippen. Oh! Ah, hier sind wir! Der Leck! Burning down the house! Neos Haus! Glück gehabt! Oh, scheiße! Was, 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 was... Was... Ja, das... Und ich habe jetzt auch nicht den brennenden... Du darfst es gerne mal öffnen und benutzen. Ich brauche halt jetzt etwas, das brennt, beziehungsweise... Da sind sie! Die Lichter! Ich werde transportiert! Wohin? Zurück! Zurück! In die Vergangenheit! Was siehst du? Hill Valley! Aber es sieht anders aus. Ganz klein und primitiv. Meine Güte! Kann das sein? Ja! Was ja? Großvater! Er ist es! Marshal James Strickland kam 1869 nach Hill Valley, erschossen von... Ja, Doc, wir haben ihn 1885 getroffen. Erinnern Sie sich? Nein! Ich muss mich irren! Großvater sah anders aus! Dieser Mann ist ein Betrüger! Ich bin mir nicht mal sicher, ob es ein Mann ist! Das ist alles sehr verwirrend! Wo bin ich? Warum denke ich an die Vergangenheit? Runter von meinem Rasen, ihr Gauner! Wir müssen Marshal Strickland irgendwie zurückbringen, schnell! Wir müssen diese Story auf die Spitze treiben! Ja, aber warte, wo ist der Hut? Der Hut steht ihr nicht so gut. You don't think so, bro? Kaktus! Sehr gut. Sieht für mich wie ein Strickland aus. Wie mein kleiner Bruder vielleicht, aber nicht wie mein Großvater. Großvater war viel! Schottiger! Mob! Hmhm! Ach, Großvater! Du siehst gut aus! Alles sieht gut aus! Wie sieht alles aus? Erzähl es mir! Ein bisschen rustikal, sicherlich! Aber all die Gebäude sind so solide gebaut und gepflegt! Und die jungen Menschen in Hill Valley sind so tugendhaft und ehrlich! Ganz anders als diese verkommenen Kandidaten aus dem 20. Jahrhundert! Und ich weiß auch warum! Warum? Sie sind noch nicht den Lastern des Alkohols und der Sünde verfallen! Sie sind noch ganz unschuldig! Ich glaube, ich könnte mich daran gewöhnen, hier zu leben! Aber wer ist das? Wer? Dieser große Rüpel, der da die Straße entlang stolziert! Mit einem höhnischen Grenzen auf den Lippen! Er ist neu in Hill Valley! Burgart! Burgarte! Tennen! Ja! Gut geraten! Sieh ihn dir an! Fühlt sich auf, als wäre er der Größte und wirft mit Geld um sich! Mit gestohlenem Geld! Zweifellos! Warum durchschauen die ihn nicht? Dieser miese Schwindler! Und jetzt wird mir auch sein Plan klar! Er hat ein Grundstück in der Stadt gekauft! Er will etwas bauen! Ein... Ein... Ein was? Ich weiß nicht! Es ist etwas, das mir nicht gefällt! Etwas... Schlechtes! Ein Saloon? In Hill Valley? Das kann er nicht machen! Großvater! Du darfst das nicht zulassen! Diese Schlange darf das Paradies nicht zerstören! Tja, wenn es sonst keiner sieht und ihn aufhält, dann muss ich das Gesetz selbst in die Hand nehmen! Ich werde dafür sorgen, dass dieser sündige Laden niemals seine Türen öffnet! Ich, äh... Ich weiß nicht, was ich tun werde! Aber ich werde etwas tun! Etwas! Endgültiges! Aber ich möchte einmal nur kurz für die Nachwelt festhalten! Bitte guckt mal in den Chat! Der letzte Kommentar von Pü! Ich würde es mit dem Kaktus probieren! Lieber Pü! Ich wünsche dir viel Spaß dabei! Jeder muss auch seine Sexualität irgendwann einmal erforschen! Und wenn du auf Kakteen stehst, dann nimm doch eben ein Kaktus! Die Community applaudiert dir und unterstützt dich dabei! Bei allen deinen Versuchen! Viel Spaß dabei! Nein, du machst das ganz falsch! So wird das niemals brennen! Zuerst brauchen wir etwas Kerosin! Großzügig auf der Baustelle verteilen! Nur kein falscher Geiz! Und nun? Seht her! Ist das nicht schön? Die Arbeit des Teufels vernichtet durch die Flammen der Rechtschaffenheit! Ha, ha, ha! Brenn, du dummes Ding! Brenn! Als wir zusammen waren, war sie nie so leidenschaftlich! Ha, ha! Was ist los, Edna? Probleme mit dem Feuer? Riech dich weg! Zieh nicht hin! Es bleibt nicht in Zellun, oder? Es breitet sich aus! Auf die anderen Gebäude in Hill Valley! Ich hatte edle Absichten! Das sollte nicht geschehen! Aber es ist geschehen! Und du hast es all die Jahre unterdrückt, weil du dir nicht eingestehen wolltest, dass... ...de eine gemeine Straftat beging! Habe ich zu dick aufgetragen? Hier steht es! Schwarz auf weiß! Guck aufs Datum sofort! Hill Valley durch Brand zerstört! Das Feuer brach circa zwei Uhr nachts aus! Am 17. Juni 1876! Natürlich bin ich nicht die wahre Kriminelle in dieser Geschichte! Oder? Mr. Sagan! Sie haben mich zu Fall gebracht! Sie und Smirnoff! Sie haben dafür gesorgt, dass ich ihr Höllengefährt stehle und Hill Valley niederbrenne! Und nun, Kraft der mir von Hill Valley übertragenen Entscheidungsgewalt, verurteile ich sie beide zu! Hey! Nun, was hast du alles gehört? Genug für einen Monat Schlagzeilen im Hazeful Herald! Zwei Monate wenn... Ich könnte ich auch erschießen, klar! Aber das wirst du nicht! Das wäre ja gegen das Gesetz! Und du brichst... Sagen Sie, sie sollten besser abhauen! Verbindlichsten Dank! Und er sieht original aus wie Marty! Original! Oh, was ist los? Püh! Bist du jetzt mut? Oh! Wir sind zurück! Das ist Boriga Tennens fast fertiger Salon! Irgendwann in der nächsten Stunde wird Edna ihn anzünden und unbeabsichtigt ganz Hill Valley in Brand setzen! Ich frage mich, wo Edelorian ist! Den finden wir später! Jetzt müssen wir erst das Feuer stoppen! Ich gehe von hinten, du gehst von vorne rein! Verstanden! Was sind das denn für Bagger-Looten? Also Doc nimmt gerne den Hintereingang und Marty soll von vorne alles machen! Uhuhuhu! Ich gehe mir besser an der Tür des Plumpsklos! Ich sollte besser nicht zu nah ran! Ich sollte besser nicht zu nah ran! Sagt er, während er direkt ganz vorne steht! Ich sollte besser nicht zu nah ran! Wer ist da? Edna, warte! Ich bin es doch nur! Mr. Sagan! Was machen Sie denn hier? Genau das wollte ich Sie auch gerade fragen, Miss Pickford! Ist das nicht offensichtlich? Ich werde Ihrer Lasterhöhle jetzt ein Ende setzen! Das glaube ich nicht, Mary! Ich schieße ungern auf Frauen, aber niemand beraut Borgard B. Tennen seine Haupteinnahmequelle! Tennen, halt! Wenn Sie schießen, lässt Sie die Fackel fallen und alles geht in Flammen auf! Edna, halt! Lässt du die Fackel fallen, erschießt er uns! Offenbar befinden wir uns in einer Sackgasse, Mr. Tennen! Es gibt wohl keinen Ausweg! Außer irgendjemand schafft es, euch beide gleichzeitig zu entwaffnen! Wie zur Hölle soll ich das denn hinkriegen? Hm! War das eine Maus? Was ist los, Miss Pickford? Angst vor einer kleinen Maus? Nein, aber Sie sollten Angst haben! Der Typ, ich war noch am Lachen und muckst es doch nur deine Freundin regelmäßig! Kashi ist da! Mensch, Kashi, moin, du Baggerlut! Keine Sorge, du kannst das hier auch dir noch im Nachhinein angucken! Hä, no! Ach, was denn nun kaputt? Was ist das denn? Sandsack? Oh Gott, was soll ich denn jetzt? Hölle. Oh, Mist, da gehen alle meine eingelegten Schweinefüße dahin. Mann, leicht ist der nicht gerade. Mann, leicht ist der nicht gerade. Schön, dass du das immer dann so hin und her machst. Auch gut. Leiter. Och, Herrgott. Warte mal, das ist das da? Nee, das ist da hinten der Sandsack. In 100 Jahren wird Hillbeard er ist genau über seinem Kopf, aber ich kann ihn nicht ausknocken, solange Edna noch die Fackel hält. Vielleicht finden wir eine friedlichere Lösung, Mr. Tennant. Bleib, wo du bist, Fatzke. Keine Ahnung, wer du bist, aber das wird mich nicht davon abhalten, dich und deine verrückte Freundin zu erledigen. Ich bin nicht seine Freundin. Nach unten. Die Fackel wird offenbar langsam schwächer, Miss Pickford. Sie ist immer noch heiß genug, um dieses bisschen Gomorra abzubrennen, Tag. Okay, schnell, das Ding und jetzt da hinten rauf. Die Palette, los. In Ordnung mit Physik. Ah, Physik. Junge, mach kaputt, was dich kaputt macht. Äh. Ja, da oben ist denn der jetzt? Wie, äh. Wie mache ich das jetzt? Leiter? Mary Pickford. Ähm. Ähm. Lose Holzstile. Wenn ich die drücke, dann geschieht da oben irgendwie was. Ähm. Dolores Miskin? Dolores Miskin? Ist hier noch irgendwie was anderes? Mann, ey. Wie stehen eigentlich die Chancen, dass ich im gleichen Augenblick sie entwaffne und die Fackel der Lady lösche? Die selben Chancen, die du hast, hier rauszulaufen und keinen Schuss abzubekommen, Fremde. Ähm. Hier kann ich jetzt auch nichts mehr machen. Die Leiter kann ich ja auch nicht verschieben. Warum geht er denn da nicht? Das ist doch scheiße, ist das doch. Ich weiß nicht, was dann passiert. Ich auch nicht, finden wir es heraus. Ich weiß nicht, was dann Willst du mich wegen meiner Ange... Ich weiß nicht, was Ich weiß nicht, was... Oh, es ist echt so ein bisschen... Also, warte mal. Findere Ätna daran versehentlich ganz viel Valley niederzubrennen. Ja, das stimmt. Aber vor allem dieses versehentlich ist ja immer noch ganz lieb, ne? Was soll ich denn mit dem Seil eigentlich machen? Ach so. Ja, natürlich. Was war das für ein Geräusch? Welches Geräusch? Ich habe nichts gehört. Warum bist du so scharf darauf, dass ich in meine Angelegenheiten einzimmerischen Weib du? Gehst mir seit über einem Monat gehö... Auf die Nerven! Die bleiben auch einfach zehn Minuten da so stehen, solange ich das mache, ne? Yeah, science, bitch! Äh, lustig, den gleichnamigen Sonnen habe ich vorhin noch gehört. Mach kaputt, was dich kaputt macht. Kaputt! Kann ich mit dieser... Okay, echt Glück gehabt. Nicht mehr lange. Wir werden sehen. Jetzt passiert ja nichts mehr, ne? Ne. Das ist aber ein schicker Kronleuchter, Tennen. Ist der aus Frankreich? Frankreich? Den habe ich von einem Wagen, der unglücklicherweise ausgeraubt wurde. Eine Woche, bevor ich in Nevada City zu Geld gekopp... Alles an Ort und Stelle. Zeit loszulegen. Und wie? Halten Sie durch, Doc. Ich muss Edners Fackel irgendwie löschen. Ja. Das Einmachfass ist direkt über ihrem Kopf. Kein Wunder, dass die Stadt in die Luft geflogen ist. Ich kann das Kerosin bis hier hin... Was soll das mit diesem Gemälde nochmal? Dolores Miskin? Dolores Miskin. Bin irritiert. So, ich würde jetzt sagen, ich soll da hinten jetzt die Leiter hoch, oder? Lustig, wenn Andi Rad los ist. Ja, so. Es passiert hin und wieder. Ich wollte schon sagen... Ich könnte Ihnen Tipps geben, weil ich das Spiel schon gespielt habe. Sie entwachne und die Fackel der Lady lösche. Ich kann hier ja auf die Y-Taste drücken, dann kriege ich einen Tipp. Ich kann hier auf die Y-Taste drücken, Fremde. Los. Irgendwelche letzten Worte? Wir sehen uns in der Hölle, Tennen. Ladies first. Na los, du verdammter! Ha! Was zum Geier! Neu. Zur Hölle bist du denn? Ich bin die Ablenkung, Blödmann. Genau. Gar nicht übel, Doc. Erzähl's Clara nicht. Sie meint Schlägereien wären ein schlechtes Beispiel für die Jungs. Wo ist Edna? Doc, sie ist weg. Edna's DeLorean. Ne. Müssen sie aufhalten, bevor sie 140 Kilometer erreicht. Komm aus! Unsere. Unser DeLorean. Unser DeLorean. Okay, Edna. Mach dir keine Sorgen. Du bist eine kluge Frau mit einem starken moralischen Kompass. Du musst dich nur irgendwie hier rauf. Oh Mist. Was tut sie? Ich glaube, sie überschüttet uns mit Euphemismen. Zum Glück ist die Straße aus dem Hill Valley von 1875 noch ziemlich holprig. Unwahrscheinlich, dass sie in nächster Zeit auf 140 Stundenkilometer beschleunigen kann. Wie können wir sie aufhalten? Wäre dann nicht die Kläden-Schlucht. Wir dürfen sie nicht verletzen oder das Fahrzeug beschädigen, um die Zeitachse nicht noch weiter zu verschieben. Zum Glück haben mich all diese Diagnoseleuchten, die mein anderes Ich in den DeLorean eingebaut hat, auf eine Idee gebracht. Hier, nimm die. Was ist das? Flux-Synchronisationsmodule. Wie funktionieren die? Normalerweise verwende ich sie zu Wartungszwecken. Aber wir können sie vielleicht auch dazu verwenden, sie mit den anderen Diagnosemodulen des DeLorean zu synchronisieren und so versuchen, beide Zeitleitungen zu verbinden und das Zeitziel des anderen DeLorean außer Kraft zu setzen. Zumindest in der Theorie. Ach so. Das ist ein großartiger Plan, denke ich. Und das Beste, wir müssen die Module nicht einmal an den Rahmen schweißen. Du kannst sie einfach über den Diagnoseleuchten anbringen. Moment mal, Doc. Sie wollen, dass ich da runtergehe? Wie zum Geier soll ich das schaffen? Gute Frage. Lass mich nachdenken. Aha! Ein Hoverboard. Es hat uns schon ein paar Mal die Haut gerettet. Schien also ein geeignetes Hilfsmittel für diese Aufgabe zu sein. Klasse. Mensch, das Hoverboard, das sichert sich hier aber echt so heimlich den Weg. Da bekommen wir ja gar nicht mit, wenn da jemand rumläuft. halt! Fertig, Doc. Drei, zwei, drei, 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 vier, drei, vier. Würde sie nie tun. Gut gemacht, Marty. Wie ist der Funkentfang? Super. Woher haben sie die? Aus Burns Sammlung von Videospielkonsolen aus dem 21. Jahrhundert. Denk dran, du musst nur die Flux-Sync-Module an die Diagnoseleuchten anschließen. Geht klar, Doc. Okay, was haben wir hier jetzt? Also, Mr. Fusion, Flux-Emitter, hintere Stoßstange, Beifahrertür, Flux-Emitter. Achso. Ist das da der rechte Flux-Emitter? Ja, jetzt steck ein Flux-Sync rein. Flux-Sync-Modul, klar. In Ordnung. Gut gemacht. Und jetzt richte den Sync auf die Empfangsschüssel. Ich versuch's, aber hier draußen häupert es ganz schön. Lol. Ja, weiter, 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 komm. Wow. Super, ein Flux-Sync geschafft. Jetzt noch zwei. Ich gucke hier oft nach hinten, lauere doch kein Schiet. Weg, weg hier! Es ist abgeschlossen. Ja, schon wieder das gleiche Ding, aber man. Ich komm nicht am Rückspiegel vorbei. Können wir den Kapastern? Höhe. Nee. Okay, das wird auch nichts bringen. Wieder das gleiche. Oh, die ist ja anstrengender als Tennen. You don't say. Ist das ein Flux-Emitter? Ja, jetzt steck ein Flux-Sync rein. Ach, das kann ich auch von hier machen. Vordere Stoßstange. Hinter... Ja, okay, dann gehen wir ab. Mr. Fusion. Ah, und von hier komm ich da aber nicht ran. Das ist ja... Das ist doof. Zinkmodul. Boah. Ich komm von hier aus nicht ran. Du musst einfach nur aufs Dach klettern. Klar. Natürlich. Es ist abgeschlossen. Wie soll ich denn bitte auf das Dach klettern? Lol. Okay, jetzt gibt's ja wieder ein bisschen Gas. Der Fusion spuckt Feuer. Ja, das ist Pech. Wenn ich du wäre, würde ich davon wegbleiben. Ach so, genau. Ja, klar. Ja, hm, hm, hm. Ich komm da immer noch nicht ran. Ich komm von hier aus nicht ran. Du musst einfach nur aufs Dach. Ja, so einfach. Ja, natürlich. Leute. Einmal Atomglas einatmen ist sehr gesund. Ja, ja. Wie soll ich das denn jetzt anstellen? Ich hab hier doch nix. Pass auf, ich benutze das mal mit der Beifahrertür. Ach. Was ist, wenn ich... Den? Ich weiß nicht, was... Ich weiß nicht, was... Ja, nee, komm, wir wollen einfach nur hier hin. Wir sollten radioaktiv sein. Ich fahre auch nicht gern durch normale Flammen. Er macht's mir halt echt nicht leicht, ne? Nicht durch die Flammen. Ich fahre auch. Beifahrertür. Ich fass ihn jetzt nach der Synchronisierung besser nicht an. Ich hab mir einen Scheibenwischer gemobst. Okay, kann ich jetzt zwei Dinge eigentlich miteinander? Scheibenwischer? Ich weiß nicht, was dann passiert. Objekt untersuchen. Der Scheibenwischer war aber leicht abzukriegen. Ich hätte gedacht, DeLoreans wären etwas stabiler gebaut. Nee, leider sind sie's nicht. Der mit... dem... Das gibt's doch nicht. Der logische Weg, mein Lieber. Der logische Weg. Du schaffst das. Ja, das Ding wieder schließen. Der logische Weg. Ja, an der Seite. Und dann hoch. Das ist abgeschlossen. Mann! Ich bin doch schon wieder so angespannt. So, was haben wir? Vordere Stoßstange, hintere Stoßstange, Beifahrertür, Fluximiter und Ätna. Sie kann mich von hier nicht hören. Wie komme ich denn jetzt auf das Dach? Ich hatte gedacht, das würde mir was helfen, wenn ich da vorne bin. Aber irgendwie tut es das halt nicht. Den Scheibenwischer da einfach rein? Ah! Ah! Gute Arbeit, Marty! Okay, jetzt wieder hinten lang. Wie komme ich denn jetzt auf das... Ach, habe ich das Ding kaputt gemacht? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ach, shit. Ja, das ist kein Ding. Jetzt sollten wir das Flux-Sync-Modul anbringen, bevor sie uns das Leben schwer macht. Das macht sie mir jetzt schon. Hat sie es mir bisher leicht gemacht? Ja, siehst du, das war das, was ich meinte. Genau das meinte ich. Versuchen wir es, Doc. Wow. Perfekt. Und jetzt richte den Flux-Sync auf die Empfangsschüssel auf meinem DeLorean. Empfangsschüssel, Empfangsschüssel. Geschafft. Mit der Steuerung ist das auch nicht gerade leicht. Das kackt immer ab. Geht doch. Und das dauert halt einfach mal eine Stunde, oder was? Ja. Rabauke, sagt sie. Es ist abgeschlossen. Kann ich mit dir reden jetzt? Etna. Was? Lass mich rein! Lass rein? Zwei! Martin, geht es dir gut? Äh, nicht wirklich. Was? Halt an! Nein! Du bist in großer Gefahr! Du auch! Gib auf! Du zuerst! Gib auf! Du zuerst! Lol. Ich weiß nicht, was denn... You don't fucking say! Ach, come on! Ich weiß nicht... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht, was denn... But... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht, was denn... sowas auch mega leicht. Vor allen Dingen kann man dieses Strahlen ja auch so gut sehen, ne? In Wahrheit, so im echten Leben. Es sei denn, du bist Marty McFly und hast halt durch die ganzen Experimente mit Doc Emmett Brown irgendwelche mega Turbo-Augen des Todes. Deine Marty-Senses. Die Marty-Sinne. Aufs Hammerbord! Und jetzt? Jetzt übernehmen sie die Kontrolle über Atlas DeLorean mit den Flugsynchronisatoren und... Das ist komisch. Was? Laut dieser Anzeige verringert sich die zeitliche Kohäsion von Atlas DeLorean verdächtig schnell. Auf Deutsch, Doc. Müssen meine Eltern nach Hause bringen. Jetzt! Na? Bremsen! Hör mal auf, über die 80er Jahre Special Effects zu lästern. Sonst komme ich dir da gleich rüber. Was willst du? Parker? Dann bin ich zurück? Wären Sie so freundlich, mir zu verraten, welcher Tag heute ist? Es ist der Tag, an dem ich Sie wegen Brandstiftung, Widerstand gegen die Staatsgewalt und Nerverei verhafte. Nein, Sie können mich nicht verhaften. Ich bin gerade erst aus dem letzten Jahrhundert zurück. Sieh mal einer an, Edna Strickland, stockbetrunken. Ich bin nicht betrunken, Sie Schurke. Ich bin eine Zeitreisende. Natürlich, klar. Das gefällt mir. Ich beweise es Ihnen. Kommen Sie mit mir mit. Wir können den ganzen Tag nochmal erleben. Wir können alles reparieren. Wir können damit beginnen, Sie auszunüchtern. Los, ab aufs Revier. Ich stehe doch schon davor. Was ist denn mit mir abhauen, Püppchen? Hier, sterbe ich. Halt! Lass mich los, du Idiot. Oh, Beamtenbeleidigung. Tja, ich denke, das war's für Edna. Ja, schätze ich auch. Wer immer gesagt hat, die Zeit heilt alle Wunden, wusste nichts über Zeitreisen. Was machen wir mit dem DeLorean? Wir müssen gar nichts machen. Seitdem wir die Zeitleitungen synchronisiert haben, hat sich der Zeitzusammenbruch in Edna's DeLorean exponentiell beschleunigt. Laut meinen Berechnungen sollte die Zeitachse Ihnen einholen. Fünf, vier, drei, zwei, eins, jetzt! Was zum Geier? Hey, Parker, das glauben Sie nicht! Was hab ich gesagt? Und jetzt weg aus 1931! Halt doch, die Zeitachse ist noch nicht wieder ganz. Sehen Sie! Sunny! Du hast das schöne Feuerwerk auf der Expo verpasst. Ja, hab ich auch gehört. Pass auf, es gibt ja ein Gerücht über euch beiden. Ich glaube, wir müssen es aufdecken. Tada! Artie war mit mir gestern in Reno. In Hill Valley bleibt nichts geheim. Und? Was ist? Gratulierst du uns jetzt oder nicht? Dann ist es wahr. Mein Großvater hat die falsche Großmutter geheiratet. Ich bin erledigt. Hey, alles in Ordnung? Du siehst nicht gerade gut aus. Artie, das kannst du nicht machen. Du darfst doch erst in fünf Jahren heiraten. Tja, ich weiß. Trixie und ich sind die Dinge langsam angegangen. Aber nachdem diese Hexe Edna mich mit dieser Postkarte hat feuern lassen, haben wir die Dinge ein wenig beschleunigt. Die Postkarte? Oh, Mann. Trixie, du kannst Artie nicht heiraten. Hat das mit meiner Vergangenheit mit Kit zu tun? Artie wirft mir das nämlich nicht vor. Das ist richtig, Liebes. Vergangen ist vergangen. Ja, aber... Werd ich langsam durchsichtig? Nein, ich werde wohl nie aus dir schlau. Ich dachte, du freust dich für... Du verstehst das nicht. Du sollst doch Sylvia Miskin heiraten. Aber ich habe Sylvia Miskin geheiratet. Was? Dachtest du, Trixie Trotter sei mein richtiger Name? Genier dich nicht. Für mich war es auch eine Überraschung. Warte mal. Du bist Oma Sylvie? Oma? Für wie alt hältst du mich eigentlich, Junge? Aber du bist so... So schlank und blond und... Ja, das ist schon faszinierend, was einem das so leidig ist mit einem Mann. Oh Gott, ich habe dich nackt gesehen. Du bist Sylvia? Alles okay, Kumpel. Ja, mir geht's gut. Super. Und ihr fahrt jetzt schön in die Flitterwochen, ihr zwei. Und macht dir keine Sorgen um deinen Vater, Artie. Ich bin mir sicher, er kommt klar. Kommt klar? Womit? Äh, mit der Hochzeit. Da in der Highschool warst du irgendwie echt sauer deswegen. Das war bevor ich sie gesehen habe. Außerdem, wie schon mein alter Herr Schemes zu sagen pflegte... Es hat keinen Zweck, sich über etwas aufzuregen. An dem man nicht... Und mal ehrlich, jetzt da ich sie kennengelernt habe, kann ich mir keine bessere Schwiegertochter wünschen als die Liebreiz... Oh, vielen Dank, Beth. Natürlich findet er das geil. Es wäre nett, wenn du deine Nase nicht mehr in die Familienangelegenheiten... Der McFly stecken würdest. Sehen sich so ähnlich, die beiden. Es war mir ein Vergnügen, Agent Crockett. Was bin ich? Sekunde mal hier. Stopp, 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 stopp. Moment. Ins Bullenhaus. Hadouken! Danke sie, Mpü. Ein gutes Ende. Heu wie immer die Frau. Ein Idiot in Uniform ist immer noch ein Idiot. Großmütterchen! Opa Kühn. Das hätte auch eine ordentliche Schelle geben können. Aber Aik, Karamba. Kühn ist Aik genug, um Opa zu sein. Ich werde 31 demnächst. Also, komm schon. Das ist noch lange nicht. Er wollte schon nicht sein eigener Großvater sein. Pü wollte es nicht. Und es ist leider doch. Nun. Wir sehen uns irgendwann, Sunny. Sunny. Oh yeah. Mach's gut, Oma. Die Hände. Weißt du, damals, 1931, habe ich ein paar Bilder von Trixie gemacht. Sie sprechen hier von meiner Großmutter. Superfreeze. Sollten wir es jetzt geschafft haben. Aber dann weitaus schneller als sonst. Und wir haben jetzt mal keine Tipps benötigt. Der Verkauf ihres Besitzes ist noch voll im Gange. Wollen Sie nicht noch bleiben, Doc? Sie müssen die Bank davon abhalten, ihr Zeug zu verkaufen. Was erzählst du da? Verkauf meines Besitzes? Bank? Ich bin noch nicht tot, Marty. Ich halte hier mit Clara nur einen Garagenflohmarkt. Garagenflohmarkt? Sie meinen... Marty, du bist zurück von deiner Reise. Hallo, Doc. Verkauf der Familienschätze, was? Nicht ganz. Aber ich hoffe, sie finden etwas Schönes. Da wir gerade davon reden, hast du gefunden, was du gesucht hast? Ja, aber natürlich. Großartig. Sind das Bücher von Asimov? Damit ich das richtig verstehe, sie leben jetzt hier? Im Jahr 1986? Aber natürlich. Clara und ich wollen zeitweise hier leben. War das nicht der Fall, als du abgereist bist? Nein? Merkwürdig. Ich kann mir nicht vorstellen, nicht hier zu sein. Aber ich muss jetzt die Stiftung meines Vaters leiten. Wenn ich nicht hier bin, wer präsentiert dann das jährliche Erhard-Brown-Stipendium für junge Wissenschaftler? Was ist daran so lustig? Das erkläre ich später. Was ist daran so lustig, sich um das Erbe seiner Familie zu kümmern? Oh, beinahe hätte ich es vergessen. Ich habe etwas für dich. Ach. Die wahre Freundschaft zwischen einem älteren Herrn und einem jungen Mann. Abschluss? Aber der ist erst... Die McFly's von Hill Valley. Eine sehr ausführliche Zusammenfassung der Geschichte deiner Familie. Von deinem Ur-Ur-Großvater Seamus bis heute. Sie sind durch die Zeit gereist, um das zu schreiben? Die meiste Forschung erfolgte auf traditionellem Wege. Aber deine Großmutter Sylvia war eine geheimnisvolle Frau. Deshalb sind sie ins Jahr 1931 gereist. Um sie zu suchen. Genau. Wer hätte ahnen können, dass sie in einer illegalen Bar unter anderem Namen singt? Doc, das ist großartig. Danke. Das Mindeste, was ich für den Mann tun konnte, der mich vor dem größten Fehler meines Lebens bewahrt hat. Juhu! Dr. Brown! Edna? Mit... Einie? Einstein! Was ist dir vor? Und was machst du mit meinem Hund? Ja, was wohl? Das, was ich jeden Nachmittag mache, du Dummerchen. Ihm den nötigen Auslauf geben. Nicht wahr, Einstein? Hey, Liebes, wir sind spät dran für unseren Termin. What? Ich komme, Schatz! Oh, Mr. McFly, haben Sie meinen Stiefsohn irgendwo gesehen? Biff! Ich glaube, du kommst zu spät zu deiner Verabredung. Oh nein! Oh Gott! Das stimmt, Mr. McFly! Nein! Oh Gott, ist das schlimm! Oh nein, das darf doch nicht sein! Sind Sie nicht ein nächstes Paar? Man würde nie vermuten, dass Sie sich aus dem Gefängnis kennen. Doch würden wir. Oh nein! Ruhe jetzt! Wir gehen einfach ins Labor und hoffen, dass dort keine weiteren Erkassungen warten. Echt, Doc Brown auch da so. Ihr habt keinen Bock mehr! Ihr habt keinen Bock mehr! Ich will ihn nicht mehr! Doc! Marty! Was machst du denn hier? Sie müssen mit mir mitkommen. Zurück in die Zukunft. Marty! Du kannst nicht hier sein. Wenn dein jüngeres Ich dich sieht, hätte das katastrophale Folgen. Mein jüngeres Ich? Oh, richtig. Bring ihn mit. Das geht uns alle an. Was meinen Sie? Passiert irgendwas mit uns? Werden wir zu fies liegen oder sowas? Nein, uns geht's gut. Aber unsere Ur-Urenten, sie sind... Was zum Geier? Wir bewaffnen. Und gültiger. What? Doc, Sie müssen mit mir zurückkommen. Zurück in die Zukunft. Rücken Sie nicht auf ihn, Doc. Sie müssen mir helfen, wenn Sie Jennifer und unsere zwölf Kinder retten wollen. Diese Zeitachse wurde vor fünf Sprungen überschrieben. Doc, wie können zwei weitere meiner Ichs hier sein? Ich habe keine Ahnung. Eigentlich müsste das Raum zeitkontinuum genau jetzt wie ein billiges Geschirrtuch zerreißen. Das ist es schon. Was mein teuflisches Ich und ich selbst sagen wollen, ist, dass die Zukunft Kopf steht. Und Sie müssen mich begleiten, um sie zu retten. Nein, mich! Post-Apokalyptik, Marty. Endlich treffen wir uns. Ihr habt meine Zeitachse einmal zu oft manipuliert. What the fuck? Was ist los, Doc? Nun, offenbar haben wir hier ein Problem. Oder drei? Ja, Doc. Aber wer ist mein wahres Ich? Ist das nicht klar, Marty? Also los. Gleich werdet ihr ausgelöscht. Moment, Doc. Was ist mit dem Raum-Zeit-Kontinuum? Ja, was ist mit meiner Zukunft? Und meiner? Zukunft kann warten. Wir müssen uns um die Gegenwart kümmern. Wohin jetzt, Doc? Mr. McFly? Beeindrucken Sie mich. Straßen? Wo wir hingehen, brauchen wir keine... Straßen. Fuck yeah! Geiles Ende! Weil wir Astronaut vorётся. Schauhhh! Geiles Ende! Sag vor poured in dir. PRORUS endeavors. $19.99! $19.99! $19.99 Kings! olha wie vielef 놀�長te. Verswede ich洗طate. So take me away, I don't mind, but you better promise me, I'll be back in time. Ba 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 ba, ich hab das Kasu leider nicht hier, scheiße! Don't bet your future, I'm gonna roll over the dice. Einsneißigkeit von der Scheiße her, Junge! Schockt! Und direkt über mir in Sound in Kiel hingehen, Dinge bestellen! Nisu! Schockt! Schockt! Wir waren im Übrigen schon 5 Minuten nach Streambeginn sehr, sehr warm, was man eventuell auch immer noch sieht. Alter! Geilo! Schockt das hart! Nice! Oh, jetzt geht hier kurz die Mutter aus, das ist aber schade. Ja, Ruhe, Nup, wir wollen jetzt heute deine Mutter wieder den Song hören. Ob du getindert bist, hab ich gefragt. Du, es gibt gleich so ne Schelle, Junge! Ja, nee, ich muss aber leider drüber reden, weil sonst wird mir das auf YouTube nämlich gesperrt, ihr Horsts! Denkt doch mal mit an die Geschichten so! Mann, Mann, Mann! Ja, das war das Spiel! Kapott! Regel Nummer 1 höre niemals auf den Chat! Nee, nee, nee! Fuck nicht, sagt einfach! Kühn, hörst du noch mal Hadoken rufen? Kannst du noch mal Hadoken rufen oder sagen? Hadoken! Regel Nummer 1 höre niemals auf den Chat! Äh, oh, fuck! Verwirrung! Give it strange! Jetzt erst! Doobie doobie, yeah! Es wäre cool, wenn der Zappel-Philipp da unten rechts die Klappe halten würde! Psch! Zappel-Philipp! Kazookit! Ja, ich lese das alles nochmal! Deine Mutter flippt beim Aufstehen! Deine Mutter piept, wenn sie rückwärts geht! Piep! Oder warte! Gotta get back in time! Oh, back in time! Nein, er hält einfach nicht die Klappe! Scheiß nicht auf YouTube! Ich dachte, es gibt eine GEMA-Einigung! Ja, nee, nicht das mit dem Sperren! Aber, 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 ähm, dann könnte es nachher sein, dass trotzdem da Sachen hier, äh, komisch gemacht werden! Das gibt's nämlich immer noch! So, ich balle einfach alle! The Michael J. Fox Foundation for Parkinson Research! Der hat eine eigene Foundation? Ach, geil! Oh, guck mal! Da gibt's sogar Tiere während des Spiels gemacht worden sind! Da ist zum Beispiel Ocelot oder Brandon Q. Ferguson! Verrückt! Mann! Ohne Socken! Oh! Von FDW! Heißluftpartei... Ach, sehr schön! Im Übrigen kam das Spiel 2011 von Telltale, falls ihr's noch gar nicht wisst! Hallo? Fortsetzung folgt? Tadadadam! Tadadam! Mann, dann war das schön! Kommt noch was? Nee! Das, liebe Leute! But back to the future! The motherfucking game! Ja, Pyu, jetzt darfst du endlich mal kacken gehen! Ay Karamba! So, deswegen kann ich diesen Song nämlich nochmal machen, weil der ist nämlich, glaube ich, äh, mittlerweile geschützt, äh, ungeschützt, dass man den nutzen darf! Im Übrigen kam das Lied eben gerade von Huey Lewis und End The News! Dazu möchte ich euch gerne noch einmal, äh, etwas empfehlen! Und zwar, wer ihn von euch nicht kennt, den lieben Klavinova, den, äh, den Marty! Ja, nämlich benannt nach Marty McFly! Und der hat nämlich ein ganz tolles Format auf seinem Kanal, YouTuber ist er, vom Beruf aus! Ähm, wie geht eigentlich Musik? Und da hat er nämlich auch eine Back to the Future Sonderedition, ein Sondervideo raus! Und das ist sehr, 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 sehr gut! Bei Marty Fischer, eben halt der Klavinova, ich, äh, geb das auch nochmal ein! Klavinova! Jo! Da könnt ihr einfach mal nachsuchen! Einer meiner absoluten Top! Top, 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 Top YouTuber! Die ich einfach vergötter! Weil sie unglaublich gut sind! Es müssten Götter sein! Ja, es war mal ein Teil 2 geplant! Ob der jemals umgesetzt wird, steht in Sternen! Ja, ist ne Frage! Ah, der Marty! Genau! Und wer, äh, bei mir auf dem Discord oft irgendwie hin und her ist! Discord ist übrigens, könnt ihr hier rauf, wer jetzt nicht weiß! Ähm... Gute Überleitung, oder? Äh, des Todes! Ähm, wer das halt eben nicht weiß! Äh, die Vano, Herr Majesty, also ihre Majestät, hat nämlich ein Profilbild von diesem eben genannten Marty Fischer drin! Und der ist eben sehr gut! Der hat nämlich auch so ne tolle Catchphrase zur Begrüßung! Warte, vielleicht krieg ich das hin! Ähm, ähm... Hallo! Ich grüße euch! Und ich begrüße euch! Äh, hallo! Ich grüße euch! Und ich begrüße euch! Zu einer weiteren Folge! Wie geht eigentlich Musik? Ungefähr so! Und der ist im Übrigen eigentlich so tatsächlich mein YouTube-Vorbild gewesen! Von dem, wie ich eigentlich mal mit YouTube machen wollte! Nur... Als ich das machen wollte, kannte ich ihn noch nicht! Und... Ich hatte auch leider nicht das Equipment! Dementsprechend habe ich es nicht gemacht! Dann habe ich ihn gefunden und habe gedacht... Haha! Endlich mal jemand, der das macht, was ich nicht umsetzen konnte! Aber sehr gut! Und sehr professionell und sehr schön! Gut! Heute gibt es auch keine runde Choice Chamber! Ich wollte diese Sachen einfach mal dieses Back to the Future komplett durchzocken! Ohne irgendwelche entweiligen Störungen oder andere Dinge! Und dementsprechend ist auch für heute leider wieder Schluss! Aber... Switchen wir um! Oh, ich bin hier hoch! Warum bin ich hier... Ach ja, weil ich die Camp vorhin ja... Machen wir mal hier hoch! Ja, okay! Und seht ihr? Das Licht hier auf der Seite passt auch schon nicht mehr! Da flackert das schon grün! Das kann schon nicht mehr angehen hier! Das kann schon nicht mehr gut sein! Also, liebe Leute! Das nächste Ding! Haha! Der nächste Stream! Dem werdet ihr jetzt... Ja! Keine Runde Choice Chamber! Andi, du bist eine Störung dabei! Deine Mannschaft! So! Da steht's! 20. 8. Um 18 Uhr! Gibt es! Gibt es! Das nächste! Ding! So! Quasi! Und jetzt! Allseits beliebt! So! Sehr, sehr schön! Allseits beliebt und immer wieder schön und da! Kannst dich ja freuen, wenn ich es wieder schaffe dabei zu sein! Ja! Freue ich mich! Auf jeden Fall! Dieser hier! Dieser Livestream! Wird jetzt am Samstag nochmal online gehen! Da könnt ihr was gucken! Und mit ganz viel Glück! Kommt ab morgen! Wahrscheinlich morgen Abend dann! Ein... Ja! Eine neue Serie! Also ein neues Let's Play! Von Hellblade! Muss ich mal gucken! Ich glaube ich hab da nämlich ganz schön viel Lust drauf! Und möchte dann das natürlich auch gleich mit als erster dann auch schön hochladen und pushen! Ich hatte sogar überlegt, ob ich ab morgen einen Stream mache! Aber ich denke mir... Eher nicht! Falls doch! Lest es doch bitte! Freaky verschenkt 3 Euro! Danke, dass es dich gibt! Haben wir auch lange nicht mehr gehabt! Deswegen vielen lieben Dank! Und ich freue mich, dass ich das nochmal endlich mal wieder machen kann! So, warte mal! Oh scheiße! Hab ich die jetzt... Oh, weißt du was? Lieber Freaky! Ich habe etwas Spezielles, Besonderes für dich! Ich muss es nur einmal kurz raussuchen! Sekunde, 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 Sekunde! Ähm, babababam! Oh Gott! Ja! Da ist es! So, ähm! Äh, ich glaube das musste ich transponieren! Ja! Aber Freaky! Lieber Freaky! Lieber Freaky! Vielen Dank! Dass du hier was gespendet hast! Das ist oftmals schon passiert! Du glaubst nicht, wie's mich freut! Spend noch mehr! Gib mir Geld! Wenn du willst, kannst du auch dein Erbe an mich abtreten! Es freut mich oft zu sehen! Ich werd glücklich dadurch! Ich hab... Warte, wo war der? Ich hab... Warte, wo war der? Ich hab doch gar kein Geld! Kannst du nicht mal etwas mehr geben? Du siehst da oben! 9,66 Euro ist echt nicht viel! Doch wenn ihr spendet, dann kann ich Geld verdienen! Und ich kann mir dann was kaufen gehen! Es ist immer noch dasselbe! Aber ich weiß, ihr macht das nicht so viel! Und das ist auch okay! Ich komm schon klar! Danke, lieber Freaky, für 3 Euro! Und das war meine Version von Cat Stevens' Father & Son! Nur Kühnup spendet mir Money! Weil YouTube Money nicht reicht! So, ich mach mal wieder die Musik an! Wollen wir das lieber machen? Ich glaub schon! Ahem! Fall nicht um, bleibt da! Dankeschön! Ja! Ihr müsst ja immer gucken, was ihr in der Zeit geschrieben habt! Bestimmt voll nette Sachen! So, Engelsstimme und... Eieiei! Die Klampe gestimmt... Ja, 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 ja! Der Song ist ein Grund dafür, niemals was zu spenden! Ja, das war die Sache mit, dass ihr bestimmt nette Sachen geschrieben habt! Und dann wundert ihr euch, warum ich nicht weiter streamiert? Oh Mann, jo! Aber! Nichtsdestotrotz! Wir freuen uns alle, dass wir hier sind und da sein durften und whatever! Und dann sehen wir uns am 20.08.18 Uhr im nächsten Livestream! Das ist ein Sonntag in 13 Tagen! Und sonst in einem der anderen nächsten Videos! Guckt auf jeden Fall wieder rein, seit heute, vielleicht auch morgen noch oder wie auch immer! Alles Wichtiger! Fahrt hier im Discord und auf Facebook! Ich mach nochmal Facebook! Und dann... Ups! Hier rein! Und dann heißt es auch von mir ein herzliches Winkelwinkel! Ciao! Und... Tschüss! Tschüss, hab ich gesagt! ...